Jetzt? Ja, jetzt. Juhu, für euch ist es Ostermontag und wir sind live. Hier sind eure Osterhäschen mit dem... Was hast du denn? Wir sind live? Wir sind live. Das ist eine gewagte Definition von live. Ihr könnt... Für uns sind wir live. Genau, ihr könnt mal eine Folge zurück, da habe ich mich genau über den Scheiß aufgeregt, als Klaus meinte, wir sind live. Wir sind live, deswegen habe ich das jetzt übernommen. Und Klaus hat übrigens meine komplette Anmoderation kaputt gemacht, während er sich sein 10, 10, 50 Milliliter Creme in seine alte Schrauberhand schmiert. Kannst du mal bitte direkt am Mikro machen? Das tut so gut. Nein, ich möchte... Also jetzt echt kein Scherz, er schmiert sich wirklich gerade. Das ist schneeweiße Hände. Jedenfalls herzlich willkommen, auch beziehungsweise von meiner Seite. Der mit den rosenroten Händen. Ja, Schneeweißchen. Ja, es ist für euch und hier auch... Von Schneeweißchen und Hosenbrot. Ich bin komplett zerstört jetzt, weil immer eine totale geile, konfuse Anmoderation... Das ging noch weiter. Bitte was? Das ging noch weiter so, oder wie? Ich wollte sagen, dass du mein Hoppelhäschen bist und dann kannst du ganz... Sagen, du bist mein buntes Ei. Genau. Oder dein Name, habe ich jetzt gedacht. Ah, ja. Klaus. Aber das hat mich echt tierisch abgelehnt. Ja, Dirk, Dirk ist der, der die Anmoderation machen wollte, der wurde ruiniert. Ja, ich mache, glaube ich, alle 15 Folgen mal eine Anmoderation und schon quatscht er mir dazwischen, ey. Ich lasse halt immer den ganzen Nonsens immer ablaufen und sage nur, hallo. Ich habe hier so lange gewartet, mir die Hände einzucremen, damit ich ihn auch auf Start drücken kann. Das hat er eben auch versemmelt. Da hat er seinen glitschigen Finger, hat er irgendwie... Das gibt es gar nicht, ey. Wie viel Rohöl du dir halt irgendwie immer auf die Haut legst. Du kannst doch eigentlich auch irgendwie... An einer Tankstelle mir die Hände eincremen, ja. Wenn irgendwie mal so der Motor blinkt, Achtung, Öl nachfüllen, dann hustest du einfach nur rein. Du hast da so viel in dir. Und dann ist das doch totaler Käse. Also bei deinen Händen musst du nochmal richtige cremen und nicht diese 2,50... Ja, das ist ja nur die Grundierung. Die Grundierung. Ah, ich merke gerade. Das Mikro ist ja auch ungünstig hier mit dem Kollegen. Aber für Zuhörer zum Glück sehr angenehm. Ja, wie geht es hier? Wundervoll. Ich sehe, du hast... Die Sonne scheint. Ja, ich habe auch gemerkt, wir haben diese eine Woche Frühling, die es in Berlin gibt, übersprungen bzw. durchgestanden. Jetzt ist Sommer. Ja. Jetzt ist offiziell Sommer. Es sind irgendwie draußen 17 Grad bei gefühlten 22 im Schatten, laut irgendwelchen offiziellen Angaben. Ich bin einfach nur von mir zu dir raus, rein und dachte, scheiße. Also man darf hier eigentlich maximal einen Schlüpper tragen gerade. Na gut. Apropos Schlüpper. Ich habe ein paar Handwerker gesehen, aber ich glaube, die sind halt nicht für die Fassade. Es gibt hier eine Badsanierung gerade im Haus. Ach stimmt, das hast du erzählt. Ich habe schon gehofft, weil man hört die ganze Zeit was, man sieht nichts und dann plötzlich kommen mir so zwei, drei Typen gegen mich und denke, pfff. Ja, die haben auch einen Baucontainer draußen, wo so alte Badezimmerzeug rumsteht, wenn du ein Waschbecken brauchst. Ja. Ich habe gerade meine Wahlbenachrichtung bekommen. Du auch? Heute? Deswegen habe ich gesagt... Ich habe noch nicht reingeschaut heute. Christian Lindner. Ja. Das ist die Europawahl, oder? Müsste. Oder habe ich was verpasst? Oder so irgendeine Volksentscheid. Zu Frauherrn Hart Dirk. Ich muss eine Adresse nochmal vorlesen, dass wir die nachher rausschneiden. Bist du auch im Familienzentrum FAN unterwegs? Müsst du. Vermutlich, ja. Sie können wählen. Was darf ich denn wählen? Die Partei darfst du wählen. Für Europa reicht es. Ja, für Europa? Aber nee, hatten sie nicht die 5%-Erhöhung eingeführt? Oder ist das jetzt... Nee, nee, doch nicht. Doch nicht? Okay. Aber ist doch Europa, oder? Wo steht denn das? Ja. Also wir sind beim Europäischen Parlament am Sonntag, am 26. Mai 2019. Und hier geht alle hin. Es sind alle, die ihr hört. Alle, ich habe gesehen, wir sind mittlerweile 14. Also es ist wir, sondern ihr. 14, die uns offiziell auf unserem YouTube-Kanal Fünnisse mit Dirk und Klaus abonniert haben. Ich glaube, drei oder vier machen sie öffentlich. Der Rest ganz sicher erst mal inkognito, dass man nicht sieht, dass Christian Lindner uns abonniert hat. In diesem Moment. Christian Lindner und die anderen zehn ukrainischen Pornobots. Grüße! Ja. Das war es dann auch schon wieder. Adfünnisse.gmail Gmail.com Was hast du denn da? Sieht aus wie so ein... Das ist das VR-Set. Achso. Es sieht von hier so ein bisschen aus wie so ein Labor-Kinderbaukasten. Ja. Chemie-Labor. So ist es auch. Steht drauf, das große Ding braucht 120 bis 180 Minuten. Und ich als erwachsener Mann habe es in 100 geschafft. Wo habe ich das heute gesehen bei Stephen Colbert oder sowas, dass in Japan ein Professor angeklagt wird, ein Chemie-Professor, weil er seinen Kommilitonen, Quatsch, seinen Studenten gezeigt hat, wie man Ecstasy herstellt. Weil er meinte, wenn Drogen, Ecstasy ist eine richtig einfache Sache. Also. Ähm, ich würde gerne ein bisschen Hausaufgaben nach Hause mitnehmen und... Was? Wuh, ich kann die nicht hören. Hast du auch so einen Durst? Boah, hat das damals genervt. Wenn wir weg waren, ich sage jetzt mal keine Namen, aber so ein paar Lampe-Crew-Mitglieder, die die ganze Zeit vor dir stehen, nicht eine Sekunde deinen Blick fokussieren können, am Kauen und dabei reden sind. Alter, ich weiß ja nicht. Alter. Wow, unser Song! Und dann weg. Oh Gott. Ja, ja. Ecstasy. Schön auch, die Gäste, die auf Koks waren, die dann halt irgendwie einfach, weiß nicht, fünf Cocktails bestellten und beim sechsten merkst du, dass die Wirkung langsam nachliegt. Sie sagen, ey, kann ich... Ne, ich glaube, du brauchst keinen mehr. Oh Gott. Hier hört ihr es zuerst, keine Macht in Drogen. Sonst hat was passiert, letzte Woche? Aus dem, was passiert. Beim Klettern oder so? Ich habe langsam keine Haut mehr auf den Fingern. Das macht sich jetzt doch schmerzhaft bemerkbar. Also ich habe wirklich, hier fehlt so ein Stück. Naja. Also die Epidermis ist weg. Ja. Aber das ist irgendwie letzter Zeit öfter, hast du mir jedenfalls geschrieben, dass du auf purem Fleisch kletterst, hast du mir geschrieben. Das stelle ich mir ja dann immer so vor, dass du dir quasi die Hände so aufreibst, wie so ein schönes, frisches Stück Kotelett. Dass man so ein bisschen Knochen sieht, äh, ja jetzt gecremt sieht es aber noch ein bisschen ekliger aus. Das stimmt. Zumal es halt dann immer so ein bisschen aufquillt. Weil deine, also du hast ja, also mittlerweile würde ich sagen, hast du schon so 10% Hornhaut an der Hand. Ja, ist auch gut so. Da muss man sich nicht so haptisch durch die Welt. Ich bin heute mit dem Mikro wie Udo Lindenberg. Ich bin die ganze Zeit hier unterwegs. Tut mir total leid. Den Popschutz kenne ich auch mal wieder. Ja. Ja. Und bei dir? Ja, es schleppt sich hier ganz schön gerade, merke ich. Das ist ja auch Feiertag. Ja, genau. Wir haben es auch gemacht, das Regal gebaut und klettern gewesen. Ja, spannend. Er selber kommentiert sein eigenes Leben mit einem, naja, ich würde es nicht so machen Gefühl. Man muss ja, ne? Man muss ja irgendwie. Ich habe übrigens, hast du letzte Woche davon geredet, über das Ringlicht, was man sich, äh. Ja, und genau den Link, den du mir geschinkt hast. Geschinkt hast. Geschinkt. Geschinkt habe, ja. Ein neues Wort. Das ist, wenn man ihm eine URL auf dem Schinken schreibt und bei ihm in den Briefkasten wirft. Kann auch ein QR-Code in den Schinken brennen. Ich habe einen ziemlich großen Briefkasten, muss man dazu sagen, dass so ein ganzer Serrano-Bein da reinpasst. Ja, ja. Wieso wäre ich so laut, wenn ich über Schinken rede? Na, jedenfalls habe ich jetzt das Ringlicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich warte auf das nächste dumme E-Casting und dann nutze ich das. Und von wegen Dimm, also, wie heißt das, Stimmung oder sowas. Du hast halt einfach nur verschiedene... Lichttemperatur heißt das eigentlich. Temperatur. Weiß nicht, ob bei dir Stimmung draufsteht. Ja. Du hast halt einfach nur diese lächerlichen Plastikklappen, die du drauf klemmen kannst. Ach, du hast so eins. Okay, ja. Das, was du mir geschickt hast, das war das. Ja, ich habe geschaut, meins gab es nicht mehr. Also, ich kann halt die Lichttemperatur so ändern. Ja, siehst du, ich kann halt nur dimmen, den Scheiß. Naja. Und das ist halt... Ja, und dann kann ich halt dann irgendwie entweder das Weiße abnehmen und Orange draufklemmen oder ich lasse das Weiße drauf und klemm darüber Orange noch drauf. Und dann habe ich gesagt, hä, das ist doch... Naja, egal. Weil ich gedacht habe, da müsste es ja dann... Ich dachte, da gibt es dann Blau und Grün und sowas. Und du so, nee, mit Orange und Weiß und das noch zum Dimmen hast du halt alle... Nee, es ist nur wärmer und kälter, ja. Genau. Da habe ich gedacht, naja, weiß ich jetzt nicht. Und die Klemmvorrichtung fürs Handy, habe ich auch gedacht, ich bin froh, dass ich da auch noch die alte habe, die richtig Zug- und mehr Gummierung hat. Das fühlt sich so ein bisschen an wie dreimal aufziehen und dann hast du zwei Teile in der Hand. Aber ist ja erstmal okay. Ist ja erstmal okay. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe mir, glaube ich, letztens erzählt, wie man richtig gut schläft und da habe ich mir doch so ein teures Seitenschläferkissen geholt. Und das werde ich jetzt zurückschicken. Also, es kann sein, dass das super geil ist, aber ich habe ja eine Photon-Matratze und die ist halt hart, sehr hart. Ich weiß nicht, ich glaube, in dieser Skala ist es H5 oder sowas. Und jedenfalls, wenn du auf der Seite schläfst, dann sollte halt der Nacken echt schon gestützt sein. Und das ist halt dieser Memory-Foam-Scheiß. Das heißt, der Kopf sinkt so richtig schön erstmal ein. Nicht zu tief, aber schon tief. Und ich habe gemerkt, auf einer Seite, dass es nicht, also es hat sich erstmal vom Schlaf in nichts verändert. Und dazu kam dann noch, dass ich auf einer Seite morgens immer leicht Nackenschmerzen kriege. Da habe ich gedacht, ne, ne. Hau ab. Also, da bin ich mit meinem alten Dinkel-Sack irgendwie tausendmal zufriedener gewesen. Aber ich gebe nicht auf. Ich probiere mich jetzt durch. Ich habe mir jetzt ein, habe ich gesehen, ein Wasserkissen bestellt. Und zwar wurde das Patent ursprünglich von der Firma mal irgendwie Ende der 80er, die erste Version. Jetzt liegt es fach, keine Ahnung was. Deswegen habe ich gedacht, das sind ja die Gründer. Gemeinsam eingereicht mit den Chia-Pads. Genau. Und dem beschreibbaren Schinken, den man verschicken kann. Und ja, die haben halt irgendwie, ja, in der Mitte ist dann halt so eine Art Wärmflasche, würde ich mal sagen, wo du dein Wasser so einfüllen kannst. Und da ringsherum gibt es dann verschiedene Schichten. Oder andere Flüssigkeiten. Ja, ich kann vollpinkeln, mein eigenes Kopfkissen. Nie wieder ins Bett pinkeln, sondern in Kopfkissen. Es ist die Frage bloß, wie ich auf dem Kopfkissen schlafe, deiner Meinung nach. Oder wie groß ich bin. Oder es. Oder was du damit anstellst. Naja, ähm, ja. Und da ist halt einfach nur der Vorteil, normales Kissen, ähm, und du kannst es halt regulieren. Es wird gesagt, du sollst erstmal irgendwie drei Liter reinklatschen. Ich glaube, du kannst bis zu sechs oder sieben Liter reinpacken. Somit kannst du den Härtegrad, also die Höhe, wie dein Kopf halt liegt, einstellen. Und ringsherum gleicht sich das immer schön aus. Du musst halt aufpassen, dass es im Wasser rausdrückt, bla bla. Ich probiere es aus. Wenn ich daran denke, werde ich halt hier drüber berichten und euch damit ein bisschen quälen. Wenn das nichts bringt, dann gehe ich wieder zurück zu meinem alten Dinkel und sage, kein Bock mehr, ey. Also praktisch ist es echt, bei Amazon, du hast ja irgendwie enorm lang Zeit und dann auch gar keine großen Fragen, sondern sagst, keine Ahnung. Entspricht nicht dem, kannst dir anklicken, kannst dir auch sagen, will mich drüber äußern. Packst halt ein und dann weg damit. Zum Glück ist es jetzt auch die Funktion, was ich auch ganz geil fand, vor einem halben Jahr war es ja noch so, dass du dir den Scheiß zu Hause mal ausdrücken musstest. Jetzt hast du halt einfach einen QR-Code und gehst halt zu unserem Postgollom. Und das ist jetzt keine, das ist jetzt nicht Böse von meiner Seite, sondern der Name ist halt schon sehr oft aus anderen Mündern erklungen. Und halt auch die Rezension von unserem nächstgelegenen Post-Service-Stelle, Alter, ist halt echt schwierig. Also du musst der Person echt gefallen in dem Moment und irgendwie alle Gemütsstimmung auffangen, dass du halt bedient wirst. Ansonsten hast du richtig Pech gehabt oder du wirst halt angeschissen. Buchstäblich, also das ist keine Metapher. Du wirst buchstäblich angeschissen. So ein bisschen wie, wie heißt der, der Wikileaks-Typ, der jetzt festgenommen wurde. Julian Assange. Genau, der hat auch in der Botschaft zum Schluss mit seiner eigenen Kacke an die Wand geschmissen oder beziehungsweise da mit den Fäkalen rumgespielt hat. Und es wurden irgendwelche Bänder veröffentlicht, wie sie ihn gezeigt haben, dass er halt nachts mit seinem Skateboard auf den Hartboden rumrollert. Und die halt voll wahnsinnig geworden sind, weil er halt irgendwie immer nur kracht. Und langsam wie so ein, ja, wie so ein Tier zu lange im Käfig so langsam abdreht. Ja. Den haben sie ja dann auch irgendwie tragend rausgeholt. Ja. Tja. Nachdem er, glaube ich, welche Botschaft war das? Kolumbien oder so in dem... In so in Lateinamerika. Ja, ja. Jedenfalls hat er den Präsidenten dieses Landes, hat er halt irgendwie sein Rechnern geknackt oder so und hat halt ein Foto veröffentlicht, wie der Präsident da gezeigt wurde, wie er im Bett zum Frühstück irgendwie Hummer futtert oder irgend sowas. Und das wird gerne genutzt, um zu sagen, das sei ein Auslöser, dass er gesagt hat, so, fresse dick, so, der kommt raus hier. Habe ich gesagt, dieses Klassische, die eigene Hand, die dich füttert, beißen. So, und genau das... Ja, ich meine, Julian Assange hat sich ja sowieso viele Sympathien verspielt, dadurch, dass er und Wikileaks sehr eng mit Putin zusammenarbeiten und die halt massiv Propaganda für die rechten Parteien in den USA und in anderen Ländern gemacht haben. Also, habe ich auch ehrlich gesagt, wenig Mitleid, auch mit einem nachgewiesenen Vergewaltiger. Ja, genau, das kam ja auch noch dazu. Also, es ist, anders als Edward Snowden ist Julian Assange schon immer eine sehr, sehr zwielichtige Person gewesen. Ja, schon sehr widerlich, was man so gehört hat. Wie gesagt, der wird ja gerne dann mit Snowden so auf eine Stufe gepackt, aber das war ein ganz anderer Zusammenhang und Wikileaks ist, also die auch bewusst einige, sagen wir es ja auch mal bewusst in Kauf genommen, damals noch, als sie Sachen aus dem Irak- und Afghanistan-Krieg veröffentlicht haben, die sie dann bewusst auch so veröffentlicht haben, dass es wirklich Menschenleben gefährdet. Okay. Ja, schwieriger Gesell. Aber gut, hat sich ja jetzt erledigt. Aber schwierig ist ja dann noch sehr harmlos ausgedrückt, oder? Ja, ja. Na ja, wie gesagt, also gerade diese Zusammenarbeit mit Putin und das ist ja von mehreren Seiten bestätigt, dass Wikileaks da drin hing und die das Trump und so einfach gemacht haben, da so ein bisschen rumzupemmeln. Na gut, soll ich mal zu meiner schönen Frage kommen? Bitte, bitte, geht hier die Zeit aus? Klaus hat noch einen Termin. Ja, ich habe zwei Fragen und du wählst welche. In meiner linken Hand wäre Frage 1, in meiner rechten Frage 2. Ich kriege einen Tipp zu den beiden Fragen. Ach so, soll ich mal so die Richtung? Ja. In der linken Hand ist eine Frage zum Kommunistischen Manifest. Also, die linke Frage bezieht sich so auf Sportliches und in der rechten Hand auf aktuelle Serienunterhaltung. Die rechte läuft ja dann quasi aus, oder? Die rechte läuft quasi? Na, läuft die rechte dann aus? Ist es aktuell oder ist es nur aktuell für uns? Oder ist es aktuell, was wir aktuell so machen? Was wir aktuell machen? Ich nehme mal die linke. Nee, die rechte, wenn du halt so sagst, aktuell, diskutieren wir die erste Folge von Game of Thrones und ich erkläre die dir nochmal, oder? Oder ist es aktuell, was wir gerade so gucken? Das ist erschreckend, Klaus. Das ist wirklich erschreckend. Also, das ist genau die Frage. Ja, dann nehmen wir die. Doch. Meine Frage ist nämlich, Klaus... Was um alles in der Welt ist da passiert? Wer ist die Blondine mit den Drachen? Meine Frage ist, original habe ich gedacht, wie kann ich das zusammenfassen? Und die fiel mir nur ein mit, Klaus, kannst du mir mal kurz was erklären? Ja, was genau? Und alles. Das ist halt eigentlich schon die Frage. Und dann bezogen tatsächlich auf Game of Thrones, tatsächlich auf die erste Folge der neuesten Staffel, die jetzt gerade angelaufen ist. Winterfell heißt die Folge? Ach, die sind nach Winterfell gefahren, ne? Ja. Können wir hier ein bisschen spoilern? Ich meine, es ist Ostermontag. Wenn ihr voll brennt, dann habt ihr irgendwas abonniert und habt die erste Folge schon gesehen. Tatsächlich gibt es auch keine riesigen Spoiler in der ersten Folge. Aber ja, Spoiler für die erste Folge von Game of Thrones. Es ist halt ein Zusammenkommen von ganz vielen Gesichtern, die ich alle nicht mehr so richtig zugeordnen konnte. Es sind für mich entwickelte Gesichter, die neu, also zum Beispiel der Klitschko im Rolli, hat mich voll überrascht. Der hat ja Wangenknochen gekriegt und der hat halt, der sieht halt aus wie echt so ein sibirischer Bergarbeiter, Sohn, Bruder oder sonst was. Wo ist dieser Zarte? Ich kann mit drei Rabenaugen den großen dicken Hodo bewegen. Und jetzt plötzlich ist das halt so ein, aber du denkst, Alter, der sieht, also sieht auch irgendwie so ein bisschen beängstigend aus. Ich finde, der sieht aus wie jemand, der würde in Glasgow in so einer riesigen, äh, miesen alten Kellerkneipe an der Tür stehen. So sieht der aus. Naja, ja, wenn er nicht die zarte Figur einer Balletttänzerin hätte, ja. Ja, aber das Gesicht, Alter, der kann dir mit dem Wangenknochen, glaube ich, äh, blaues Auge stechen. Füff! Also, Aua. Also, wie hast du das? Wir reden von Bran Stark. Bran, Branton oder? Bran. Bran. Bran, ja. Aber ich meine, es gibt ja auch diese lustige Zusammenfassung, James Codens, äh, was ist das, Redakteur? Der, seine Gags, oder einer seiner, der die ganzen Gags schreibt, den er gezwungen hat, in 70, 72 Stunden am Stück. So in einem Dreh ist es ja, ja. Alle bestehenden Folgen kontinuierlich durchzuschauen. Da hab ich gedacht, also, der hat's ja maximal geschafft, die erste Staffel halbwegs zu greifen. Und dann fängt's halt einfach von der Länge und von, also ich hab auch damals, als ich so binge-mäßig versucht hab zu schauen, ich hab dann zwei und dann irgendwann ist er reduziert auf eine Folge am Stück, weil ich gedacht hab, das ist so viel Info. Das ist einfach zu viel Info. Ich hab was für alle Leute, die es nachholen wollen in so einem Binge-Watch. Äh, eine gute Methode ist es, mitten in einer Folge auszusteigen. Nachdem eine Szene endet. Weil die Folgen ja gerne mal mit einem Cliffhanger enden. Ja. Und man dann so, ah, ich würd jetzt schon gern noch sehen, wie das weitergeht. Okay. Einfach so 20 Minuten in eine Folge und dann Stopp machen. Ich hab jetzt gedacht, weil 20 Minuten schon so viel Info sind, dass man erstmal Stopp braucht. Weil das ja manchmal auch. Da gibt's halt dann irgendwie Monologe, wo du denkst, äh, die bewegen sich jetzt gerade nicht. Und der liest ihm ein komplettes örtliches Telefonbuch vor von der Info, also von dem Inhalt, von der Länge. Und denkst, Wahnsinn. Und dann krieg ich halt echt nur grob mit, von wegen Winterfell, deins, meins, Onkel, Cousine, Tschüss. Und da muss ich aber schon wieder Klaus fragen. Und dann richtet sich Klaus bei jeder dritten Fragezahl auf, dass ich das nicht weiß. Und er nicht von wegen ein bisschen mehr weiß. Das ist auch alles schon geklärt. Hast du gerade deine Hose auf? Ja, meine Hose war noch offen. Was heißt noch? Warum? Weil ich mir meine Jeans, eigentlich war ich in der Trainingshose und hab mir die Jeans angezogen, weil dann kann ich schneller raus, weil ich nachher wirklich noch los muss. Egal. Ja, aber ich hab den Hosenstall nicht zugemacht. Und mit der Handcreme und alles. Die ist doch jetzt eingezogen. Falsche Reihenfolge, würde ich sagen, Kollege. Du hast Reißverschluss, auch selten. Auch geil. Echt? Man sieht's immer seltener. Ja, gut, ne? Bei meiner neuen Jeans zum Beispiel hier einer von diesen Druckknöpfen, nicht Druckknöpfen, das wäre geil, Druckknöpfe im Schritt. Ja. Das will ich haben. Schick mir Druckknöpfe im Schritt. Also Jeans mit Druckknöpfen im Schritt. Ich mochte die Hose, aber, oder mag die Hose, aber einer der Knöpfe ist halt rausgepopelt. Ich hab einen neuen Knopf reingenäht. Wie nervig ist das denn? Mein Freund hat gesagt, schick zurück, das ist doch keine Qualität und bla, lass es gehen. Aber in der Hose hast du nichts. Jetzt hab ich dieses Problem erstmal beseitigt und kann mit dem kleinen Problem des fehlenden Knopfes doch besser leben, als ich schick das ein, sag böse, böse, neue Hose und dann brauch ich zehn Tage und hab keine Hose. Läuft da immer wieder zehn Tage ohne Hose rum. Ja, hohe Stiefel, genau. Sehr hohe Stiefel bis zum Schritt. Ich hab dann so Regenstiefel an, nee, Angelstiefel. Entschuldigung, zurück zum Thema. Beziehungsweise, eigentlich hatten wir noch gar nicht richtig, wir sind so reingestolpert. Dieser arme Mensch, dieser arme Redakteur von James Coden hat halt alle Folgen am Schlüpp gesehen, hat zwischendurch sich halt irgendwie einen Pizzaleferanten geholt. Den hat er gefragt, aber kurz Zeit, da gab es ein Schnittbild, wie der Pizzaleferant mit dem da saß. Er hat seine Mutter reinbestellt. Die hatten gesehen, dummerweise natürlich gerade halt Sex sehen. Wo dann ziemlich unangenehmes Schweigen war, dann hat er sich aus den ganzen Pringles-Pack und sonst was am Plastikstuhl mit Gaffer-Tape den Thron nachgebaut. Das ist der Thron von Winterfell oder von welcher? Das ist der eiserne Thron. Ja, und der gehört zu Winterfell? Nein, der gehört zu King's Landing. King's Landing war? Der Hauptstadt von Westeros. War Lannister? Derzeit ja. Was heißt denn derzeit? Naja, der Sitz der Lannisters ist ganz an der Westküste Casterly Rock. Ein Schloss, das auf einer alten Goldmine steht. Ihr hört mich trocken schmatzen, weil ich schon wieder nichts verstehe. So, Casterly Rock. Klingel wie ein Lied. Das war der Plan von Daenerys und Tyrion in der Siebwünsche. Wer, 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 wer sind die denn nochmal? Khaleesi, die Drachenkönigin. Ah. Daenerys Targaryen. Wer ist Daenerys? Achso, ihr Titel ist Khaleesi. Einer ihrer Titel ist Khaleesi. Einer? Das ist schon wieder, wo ich denke... Daenerys Targaryen. Daenerys, Stormborn of House Targaryen. Last of the blood of old Valyria and last of the house Targaryen. Rightful heir to the iron throne. Queen of the seven kingdoms. Queen of the Andals and the first men. Great Khaleesi of the grass sea. Breaker of chains. The unburnt and mother of dragons. Und das liest der nicht ab. Das liest der nicht ab. Dieses Ding ist nicht vorbereitet. Ich habe gerade nochmal die Szene gestern gesehen, wo sie und Jon Snow sich treffen. Und sie wird halt mit diesen ganzen Titeln vorgestellt. Und Davos steht dann da und soll Jon Snow vorstellen. Das ist Jon Snow. He's king in the north. Und dann kriegt sie ihren... Nein, sie hat das halt davor. Okay. Und Davos hätte nicht mal was gesagt, wenn er das davor nicht gehört hätte. Aber Klaus, was stimmt denn nicht mit dir, dass du das alles weißt? Ich mag die Serie halt. Man hat mehr Vergnügen, wenn man da tiefer drin steckt. Ich habe Ghostbusters und zurück in die Zukunft tausendmal schon gesehen. Und da gibt es mit Sicherheit ganz viele Figuren, die ich nicht mit Namen nennen kann oder eins zu eins die Texte sprechen kann. Obwohl ich schon sehr viel davon... Aber du kannst den ficken Titel von... Das gibt es doch... Was ist denn... Nee. Kannst du vielleicht auch die Karte nachmalen oder irgend so was? Ich kann dir grob sagen, was wo auf der Karte ist. Das war jetzt ein Geräusch von einem Pferd und einem... Das ist ein bisschen Al Bundy. Also es war in der siebten Staffel, war es der Plan von Daenerys und Tyrion Lannister. Die Frage ist... Wie im. Könntest du das zusammenfassen oder immer so, dass du die Figuren optisch beschreibst? Zum Beispiel habe ich bei der ersten Folge, der ersten Staffel, habe ich immer sowas geschrieben wie Klitschko im Rolli, die Gesichtswandelungslady, sowas. Also wir benutzen nur den Namen Jon Snow. Den weiß er wohl... Und Khaleesi. Jon Snow und wir benutzen Khaleesi. Und Khaleesi ist nicht ihr Name. Das habe ich auch, glaube ich, nach sieben Staffeln erst erfahren. Wie die heißt die? Was soll das denn? So wie ihr Mann in der ersten Staffel war ja... Frodo. Karl Drogo. Drogo. Ach nee, Frodo stimmt. Und Karl war sein Titel. Karl. Karl Drogo. So wie Klaus dein Titel ist. Genau. Und das Weibliche dazu wäre ja auch Klaus Lisi. Ja, das ist halt Khaleesi und sie ist halt dann die Führerin einer Kala-Sar. Also das ist die Reiterhorde. Kala. Genau. Also die Kala-Nöchi. Oder Kallax, das Ikea-Regal. Ja. Ja. Das könnte jetzt auch sogar stimmen, dass es das Regal gibt. Das ist ein Kallax. Wo ich draufzeige. Wieso weißt du wie dein 40 Jahre altes Ikea-Regal? Ich meine, das stimmt doch schon wieder, was ich mit dir... Ich mag einfach Ikea, deswegen habe ich die Kataloge in den letzten 20 Jahren auswendig gelernt. Kallax ist einfach so ein Klassiker. Also wenn du jetzt sagen würdest, Billy... Kallax ist das klassische Studentenregal. Billy ist das bekannteste Regal der Welt. Billy ist das klassische Bücherregal. Ja, aber das ist das bekannteste der Welt. Jeder kennt, wenn er überhaupt einen Namen von einem Regal kennt, dann kennt er Billy. Aber nicht Kallax. Und dann nur Studenten. Ich mache eine Ausbildung zum Schweißer. Kallax kenne ich nicht. Aber mein Freund, der Student und zwar Architektur-Student, der ist kein Kallax. Weil in Kallax passen ganz klassische LPs und Aktenordner rein. Ja, in Billy nicht. In Billy passen nur Kondome. Billy ist viel zu flach dafür. Zu flach oder meinst du nicht tief genug? Nicht tief genug. Aber ist nicht die Flach dann... Ah ne, das ist die Höhe... Ja, stimmt. Flach. Ja. So wie die Flachzange. Richtig. So hat gerne mal der Meister damals in der Ausbildung der einen oder anderen Azubi von uns genannt. Mit der Flachzange. Wir dachten immer... Auch bei Scrubs ein Mega-Gag. Ach stimmt, stimmt. JD. Auch eine gute Serie, die ersten Staffeln. Ja. Ja. Und JD. Gut, kommen wir zurück zum Thema. Ja, könntest du die erste Folge der aktuellen Staffel Game of Thrones mir ein bisschen erklären mit Umschreibung der Figuren. Bis auf Jon Snow und Kallissi. Aber die anderen müssen wir halt irgendwie finden. Jon Snows Freund von der Night's Watch. Der Dicke. So fing das doch gar nicht an. Da war dieser kleine Junge und die Leute rannten alle rein. Ja, der kleine Junge ist ein kleiner Junge. Warum? Ach so. Das habe ich auch nicht verstanden. Warum gerade dieser kleine Junge? Das ist ein Rückgriff auf die erste Folge der ersten Staffel. What? Wer soll das denn wissen, bitte? Wo King Robert und... Ah, ah, ah. Wer ist King Robert? Der Dicke Saufkönig. Ah, der Wildschweinjäger. Ja. Der Dicke Saufkönig. Der angeblich der Vater von den Joffrey sein soll, was er gar nicht ist. Genau. Und er kommt ja dann mit seiner ganzen Kolonne auch nach Winterfell. Also es spiegelt ja quasi die erste Folge der ersten Staffel. Der König und die Königin... Aber wer weiß denn noch, wie die erste Folge der ersten Staffel... Da waren die White Walker. Punkt. Das war alles, was ich weiß. Genau, so fängt es an. Das fängt auch mit dem White Walker. Und danach sieht man den Besuch des Königs in Winterfell. Und... Den Dicken. Genau. Der Dicke Saufkönig. Ja. Und damals, um die Kolonne zu sehen, ist Arya überall rumgeklettert. Arya? Äh, Gesichtswechselmädchen. Ach ja, die mit Needle, mit der Nadel. Also mit dem... Oder war das Bran? Also entweder sie oder Klitschko. Sind halt die ganze Zeit rumgeklettert, um halt einen besseren Blick auf die Kolonne zu bekommen. Und das war halt quasi... Ähnlich wie der kleine Junge. Genau. Okay. Ein Rückgriff darauf, nur dass man aus der Sicht... Aber sie wurde ja nicht zerhackt und in so einem Beinemehr, Beinesteinkreis, Beinekreis gelegt. Nein, der auch nicht. Das ist ein anderer Junge. Ach so, ich dachte, das wäre der Junge gewesen. Nein, nein, nein. Dachte ich am Anfang auch, aber es ist... Ich habe es gestern nochmal auf dem großen Bildschirm gesehen. Das ist ein anderer Junge. Der hätte auch ein Mädchen sein können. Ich meine, aber warum denn überhaupt ein Kind? Na, damit du es halt aus der Perspektive siehst, wie groß diese Kolonne ist. Und ich weiß nicht, ob du es... Hast du es gestern auf dem Fernseher gesehen? Ja. Ja, also ich meine, du siehst ja dann... Also immer bitte. Nein, ich habe Sky-Ticket, kann ich halt nicht auf dem Fernseher sehen. Ach stimmt. Erklär mal, warum denn nicht? Was ist denn mit Sky-Ticket? Ja, weil Sky-Ticket sich selbst in den Arsch ficken kann mit beiden Fäusten. Schönen Gruß. Schönen Gruß an Sky. Besonders Sky-Ticket. Hallo. Alles für alle Leute, die bei Sky arbeiten, bitte auch. Also so, dass sie mit den Fingern wieder aus dem Mund rausragen. Gibt es da irgendwelche rechtlichen Probleme, würden wir das sagen? Ne, das ist ja nur ein Wunsch. Obwohl Tom McRae, also Singer-Songwriter Tom McRae hat neulich auf Twitter, wurde er gesperrt für eine Woche, weil er meinte, er hofft, dass Boris Johnson bei einem seiner Radausflüge von einem Laster erfahren wird. Erfahren, überfahren. Überfahren. Oder er, er würde dann, er würde dann Karten verkaufen, während Tauben den fetten, aufgequollenen Leib von Boris Johnson verspeisen. Und er meinte, er entschuldigt sich dafür, es war so nicht richtig dargestellt. Er würde die Karten natürlich umsonst weggeben. So, wie dem auch sein mag, Sky-Ticket ist jedenfalls der letzte Rotz. Naja, aber gestern habe ich es nochmal auf dem großen Bildschirm gesehen, das ist ja wirklich eine riesen Kolonne. Aber Sky generell ist super. Ja, Sky ist super, die haben die Bundesliga, die haben Fußball kaputt gemacht. Die haben Motorradrennen oder so. Ja, das ist MotoGP, immer wieder unterhaltsam. Ich dachte, jetzt gibt es Dazen. Ja, Dazone heißt das übrigens. Echt? Ja. Aber es ist nur DZN. Ja, D-A-Z-N. Achso. Ich habe auch Dazen, deutsches Arschloch zur Not. Dazen, Dazen, Dazen. So wie alle D-Max sagen, es heißt D-Max. Nein, es heißt Dazone. Keine Ahnung. Also, bitte. Naja, nein, das ist aber nur, damit man mal einen Blick auf die Größe der Kolonne bekommt und halt das nicht aus der Perspektive von Khaleesi und Jon Snow sieht, sondern aus der... Hä, warte, wo sind wir jetzt nochmal? Am Anfang, wir sind immer noch am Anfang. Der Junge. Genau. Achso, der Junge ist extra da oben, damit die Kamera da stehen kann und sagen, guck mal, wie viele, anstatt dass man da mitten in der... Genau. Aber warum machst du dann nicht einfach eine Drohnenfahrt ohne den Jungen, um zu zeigen, wow, guck mal da viele? Ja, weil es macht was anderes mit dir als Zuschauer, wenn du halt in die subjektive Perspektive der beobachtenden Leute reingezogen wirst. Okay. Weil du hast dann... Also, dann hast du halt mehr diese Opulenz des Ganzen. Also, man kann viel mehr da mitfühlen, weil der Junge nicht nur guckt, sondern der Junge macht auch, wow, und du siehst vom Fernseher und denkst, wow, genau wie der Junge. Genau. Es gab neulich, gab es ein interessantes Video von, ich weiß gar nicht, Patrick Willems oder so heißt der auf YouTube, der halt die ganzen Marvel-Filme analysiert hat und er meinte, was mit... Was ist analysiert? Das haben ja bestimmt tausende Filmanalisten gemacht. Ja, genau, der meinte halt so ein bisschen was, irgendwas ist ein bisschen komisch bei den neueren Filmen und der meinte halt, anders als Joss Whedon sind die Russo-Brüder, die derzeit da... Joss Whedon, Russo-Brüder, das sind wir für mich... Ja, der alte Regisseur der Avengers-Filme und die Russo-Brüder sind die Neuen. Daniel Russo kennt man auch aus Karate Kid. Genau, genau, der ist einer von beiden. Und er meinte, sie, die sind halt immer so ein bisschen distanziert und Joss Whedon hat halt viel von der Action aus der Perspektive der unschuldigen Bewohner gezeigt. Okay. Was halt einfach ein bisschen mehr die Gefahr darstellt, wenn du nicht immer bei den Helden bist und nicht immer dieses Opulente hast, sondern du siehst einfach ein bisschen, wie die normalen Leute das sehen. Und das ist ja, das geht ja dann danach auch in der Folge in Winterfell sofort verloren, aber du hast halt einmal den Blick dafür, okay, die Leute stehen da, du stehst da und es marschiert dieses riesige Heer ein. Also es nimmt ja wirklich kein Ende. Das sind wie die Pappcrawler damals. Also ich muss sagen, das war, wenn ich mich zurückerinnere, glaube ich, die zweite oder dritte Teil von Heer der Ringe damals im Kino, als diese lange Schlacht an diesem Schloss oder Festung... Hemsclam. Genau. Und dann als quasi irgendwie vermeintlich irgendwie so ein Teil der Schlacht halt oder die Schlacht gewonnen wurde und dann rammte nochmal so eine Monsterarmee von hinten so rein und da war man, da war ich im Kino wirklich so, dass ich fast Tränen in den Augen hatte, weil ich dachte, oh Gott, das ist viel zu viel, das ist viel zu viel, weil diese Schlacht auch so super lang ging und das war so das einzige Mal in meiner, sag ich jetzt mal so filmgeschichtlichen Glotzerlebnisse, dass ich sage, das hat mich echt so erschlagen von einfach nur, das ist zu viel, so weil man so bei dem war, Mittelerde, sonst was... dritte Folge freuen in der Staffel. Wieso, weißt du schon, was zwei und drei passiert? Ich weiß nicht, was passiert, aber es heißt, die Schlacht, die dann folgt, ist wohl bei Game of Thrones die längste, die es jemals kontinuierlich als Szenensammlung in Film oder Fernsehen gab. Aber das kann vielleicht auch ein bisschen... Also ich muss sagen... Ja, das wird halt richtig, also noch krasser als der Battle of the Bastards. Also ich fand halt Helmsklamm fand ich voll anstrengend. Also ich fand es halt irgendwie krass, so sehr berührend, aber halt irgendwann auch, wo ich dachte, Alter, give me a break, so das war so... Ja, ja, also diese Anspannung wird dann halt richtig greifbar sein, das ist auch... Aber das muss doch auch filmpsychologisch dann irgendwie beim Schnitt, dass irgendwer sagt, geile Idee, aber es ist zu lange. Das erschlägt die Zuschauer. Also die Frage, welchen Effekt du haben willst. Also wir haben ja auch bei Dunkirk, haben wir das ja beide ähnlich empfohlen. Ja, aber da gab es ja immer diesen Wechsel. Ja, aber du hast ja trotzdem nie eine Pause bekommen. Ja. Also ich meine, und da wird sicherlich auch... Aber du hast schon immer Pause von so intensiven und zehrenden. Ja, da wird sicherlich auch an mehreren Fronten gekämpft werden. Also ich meine, es muss ja auch verschiedenartig gekämpft werden. Der Night King hat ja einen Drachen. Ja. Also das ist ja auch... Ja, aber der wird wahrscheinlich irgendwie klassisch, wie auch die bösen Fluggeräte da von Mittelerde, also von Herr der Ringe. Runter, Feuer, äh, ein bisschen was wegreißen. Dann werden irgendwelche Katapulte kommen, die werden Flügel abreißen. So eine Action wird passiert wahrscheinlich. John und Khaleesi können ja auch auf Drachen reiten. Ja, John, der kann Drachen reiten, wie du Auto fährst. Der sagt, ich kann das noch, ich kann das noch. Überlegenheit. Nee, aber das ist halt ein, um mal wieder zur Folge zurück zu sagen, das ist halt ein Vorgriff darauf, dass John eben auch, was Sam und wir als Zuschauer und, also Sam der Dicke und der junge Klitschko, die wussten das ja schon. Was wussten die? Dass John eben nicht der Sohn von Eddard Stark ist, von Sean Bean. Der Klitschko einfach nur, weil er alles weiß. Ja, weil er hat einfach zurückgeschaut in die Zeit. Ja, aber ich meine, du musst ja dann auch die Gesichter alle erkennen. Ja, genau, aber er hatte halt schon mal die, er hatte schon mal die Szene gesehen, wo sein Vater versucht, seine Schwester zu retten. Sein Vater war? Eddard Stark, Sean Bean, der in der ersten Staffel geköpft wurde. Ah, ja, ja, der einzig war. Genau, genau. Und als der jünger war, hat er. Stimmt, da gab es immer die, ach, das war, war das letzte Folge, wo es immer diese Rückblicke gab? Ja, genau. Ah, okay. Genau, und da gab es halt mal diesen Rückblick, Tower of Joy heißt es. Und es ist ja ein bisschen die Vorgeschichte von Game of Thrones, ist ja ... Die auch verfilmt wird, ne? Oder verserien wird. Ja, nicht die Vorgeschichte. Also ich meine jetzt wirklich die paar Jahre davor. Ja. Wie der Saufkönig König geworden ist. Wie ist er das geworden? Es gab eine Rebellion, das folgte halt verschiedenen Ereignissen. Es ist nicht ganz klar, ob man einen Teil davon sieht. Also es gab so ein großes Turnier. Und dann gibt es halt verschiedene ... Schosten oder was? Ja. Und es gibt verschiedene Mythen, die sich darum ranken, was genau auf diesem Turnier passiert ist. In der Serie reden sie nie so ganz genau drüber. Es gibt so ein paar Hintergründe, die immer als animierte DVD-Extras da sind oder in den Büchern oder beziehungsweise ich höre öfter mal Podcasts darüber. Und dann gibt es halt verschiedene Sachen, die das ausgelöst haben, dass es zu so einem Unmut kam. Und der größte Auslöser war Johns Mutter, Lyanna Stark. Die war schon ... Hat man nie gesehen. Okay. Nur einmal in den Rückblicken, wie sie ihn zur Welt bringt und dann stirbt im Bett. Okay. Man muss ... Okay. Also ... Das ist immer noch so ein Mördergeheimnis, wer das schon sein mag. Nein, man weiß es schon ... Also so eine Rolle spielt es nicht, aber jetzt ... Es ist halt wichtig, wer Johns Eltern sind. Also das war schon immer wichtig. Aber hat John jetzt nicht quasi eine neue Mutter, weil er ja einmal von den Toten wieder ... Das ist doch die Hexe gewesen, ne? Die er ihn zurückgebracht hat, ja. Ja, die Feuerlady, die irgendwann den Schatten in der Höhle geboren hat. Genau. Sie ist auch Shadowbinder. Das ist ihre Ausbildung gewesen, quasi. Was heißt da Shadowbinder? Dass sie Schatten binden kann. Also wie sie halt so aus den Schatten so dieses Wesen formt. Ah, okay. Das ist so eine ... Die, die in der ersten Staffel Khal Drogo umgebracht hat. Die Hexe. Beziehungsweise die Khaleesi ... Ist er nicht vergiftet worden? Ja, genau. Und Khaleesi wollte ihn doch irgendwie retten und dann hat sie mit so einer Hexe geredet und die hat ihn zurückgebracht. Aber so als ... Aber er wurde als Zombie oder so. Ja, genau. Also er war nicht mehr ansprechbar. Und dann haben sie ihm ... Und die war auch Shadowbinder. Okay. Also die war auch so eine Hexe aus dem fernen Osten. Aus dem wirklich, wirklich fernen Osten. Lass es nicht verlieren vom Anfang der jetzigen, sonst bin ich hier voll. Also und das ist halt wichtig, dass Jon Snow Targaryen ist eigentlich. Targaryen? Die Familie von Khaleesi. Und den Stumpenarm? Nein. Und von Mad King? Nein. Mad King war ... Über den haben sie nur geredet. Den gibt es nicht, weil das schon passiert ist. Den hat Jaime Lannister umgebracht. Stumpenarm. Ja. Bevor die Serie anfing. Deswegen Kingslayer. Genau. Deswegen den Kingslayer, weil er ... König geschlachtet. Genau. Und nicht nur, dass er den König umgebracht hat, sondern er war ja Teil der Kingsguard. Also es war sein heiliger Auftrag, den König zu beschützen. Warum hat er den umgebracht? Weil der König die ganze Hauptstadt niederbrennen wollte. So ein Nero-Typ. Ja. Der König hat völlig den Verstand verloren. Der König hat diese ganze Sache, dass Rhaegar und Lyanna durchgebrannt sind, noch mal viel schlimmer gemacht. Wer ist durchgebrannt? Der älteste Bruder von Khaleesi, den man auch nur in Rückblicken gesehen hat. Hä? Jon Snows Vater. Der Targaryen Kronprinz. Bevor die Serie anfing. Der Mad King hatte zwei Söhne. Und Daenerys war dann seine erste Tochter. Äh. So. Den mittleren Sohn haben wir gesehen in der ersten Staffel. Aber für Mad King ist sie ja ganz gut geworden, ne? Weil ihr Bruder war ja ein ziemlicher Freak. Genau. Und der älteste Bruder, den wir nie gesehen haben oder nur in zwei Rückblicken bisher gesehen haben. Also sie ist das Küken in der Mitte oder was? Nee, sie ist die jüngste. Also quasi, sie ist das Küken. Genau, genau. Und der älteste, der ist schon, bevor die Serie anfing, vom Saufkönig erschlagen worden in der Schlacht. So. Okay. Der war der Kronprinz. Und es hieß immer, der Kronprinz wollte seinen Vater, weil er gesehen hat, dass der Vater langsam den Verstand verliert. So wie ich? Genau. Bei einem Putsch absetzen. Und hat dafür dieses Turnier inszeniert. Während des Turniers hat er sich in Lyanna Stark verliebt und ist mit ihr durchgebrannt. Lyanna Stark? Das ist Jon Snows Mutter. Die britische Schauspielerin, die wir nur in Rückblicken gesehen haben. Ach so. Nur wie sie ihn zur Welt bringt und wie sie Rhaegar heiratet. So. Ist mit ihr durchgebrannt, hat sie geheiratet und hatte mit ihr Jon Snow als Sohn. Ja. So, bevor die Serie anfing. Wer war nochmal der Papa? Der Targaryen Kronprinz. Rhaegar Targaryen. Wir haben ihn nie gesehen. Nur in einem Rückblick, wie er heiratet. Ah. Wie er Lyanna heiratet. So. Ist das wirklich wichtig für den Anfang der ersten Folge? Ja, das ist wichtig, weil das halt genau die Sache ist, die Jon Snows dicker Freund ihm sagt. Nicht Hodo. Nein. Sondern der Typ, der in der Bibliotheke arbeitet. Und als einer von zweien weiß, wer was ist. Genau, und dessen Bruder und Vater von Khaleesi hingerichtet wurden. Und deswegen sagt er es ihr. Deswegen, also ich meine, er hätte es ihm sicherlich auch so gesagt. Ja, aber jetzt nochmal schießt das so zurück. Genau, es ist ein anderes Motiv. Und es ist natürlich jetzt ein anderes Motiv, weil er, Jon Snow, einfach sagen kann, du bist eigentlich der König der Seven Kingdoms. Ja, also er kann einmal die Verletzungen raushauen und dann zweitens kann er sie ein bisschen diskreditieren und sagen von wegen, hier die böse Frau, die Papa und Bruder, die ist eigentlich nicht die Große, sondern du bist das, Kollege. Und das sagt er ihm ja auch. Du hast deine Krone aufgegeben, um die Leute zu beschützen. Würde sie das auch tun? Ja. Ja, und sie giert ja nach allem. Ja, genau. Also ich meine, das ist ja eine schwierige Frage und wie gesagt, er hat halt eigentlich in der Thronfolge Vorrang. Okay. Das ist, ähm. Aber sie hat ja irgendwie, lange war sie immer so von wegen die Befreierin der ganzen Sklaven und dann irgendwann kippte das so, dass man das Gefühl hat, die will nicht nur irgendwie die ganzen Arbeiter quasi befreien, sondern die ist halt auch so ein bisschen, sie ist so aus ihrer Geschichte so gepeinigt, dass sie sagt, mir steht alles zu, alles. Und deswegen habe ich jetzt mit den Drachen auch das Recht, mir alles zu holen. Ja, sie ist auch manchmal halt ein bisschen rasch. Rasch? Also das, in den Entscheidungen, die sie trifft. Und das, äh, das haben ja Tyrion, also der The Imp. Der was? The Imp. Der Kleinwüßke. Peter Dinklage. Ah, ja. Der ist ja ihr Berater. Und er und Varys, der Glatzkopf, haben ja immer... Der Anuch. Genau. Die haben ja immer versucht... Auch eine geile Figur. Ja. Die haben ja immer versucht, das ein bisschen wieder reinzuholen bei ihr. Und die haben ja auch schon... Das ist gutmütige. Diese verrückten Impulse. Ja, genau. Nee, was? Die verrückten Impulse? Nein, die im Zaum zu halten. Ach so, ja. Weil sie halt, weil die beide auch schon gesehen haben, so okay, sie ist halt eigentlich ganz gut, aber sie kann halt auch extrem gefährlich werden. Ja, also dieser Mad King ist ein bisschen in ihr auch drin. Ja, genau. Okay. Genau, also das, äh, es gibt diesen Spruch in den Seven Kingdoms, ähm, jedes Mal, wenn ein Targaryen geboren wird, dann werfen die Götter eine Münze, ob er gutmütig und weise wird oder den Verstand verloren hat. Und das ist... Und bei ihr ist die Münze so in der Mitte stehen geblieben. Ja. Ich meine, sie braucht, sie braucht halt Leute, die sie gut beraten. Ja. Und das ist bei Jon Snow halt einfach ein bisschen anders. Der hat eher eine intrinsische Motivation, Gutes zu tun. Intrinsisch? Ja. Das bedeutet? Es steckt in ihm drin. Okay. Also er... Intrinn halt. Intrinn. Genau, in-intrinn. Ähm. Und die Worteherkunft mal zu analysieren. Ich meine, er war halt auch, er hat halt auch Leute hingerichtet und das sagt er ja auch. Ja, aber das ist natürlich, also das ist jetzt halt so der zentrale Konflikt zwischen den beiden. Das wird aber wohl erstmal hinten anstehen müssen, bis der Night King mit seiner Armee vor den Toren steht. Der Night King? Ja. Der Anführer der White Walker. Und wer ist das? Das ist halt einfach nur dieser komische Zombie-König da. Genau, also es sieht wohl so aus in der Serie, als wäre es der erste Mensch, den die Children of the Forest, also diese kleinen Waldwesen, die alle Mädchen waren, hatten so grüne Haut, die waren noch in der Höhle mit Klitschko und dem anderen Three-Eyed Raven. Knick, knack. Und die haben ja die White Walker geschaffen als Waffe gegen die Menschen. Die haben die geschaffen? Ja. Das sind so eine zierlichen Elfenwesen, die aber eigentlich eine Mörder-Power haben. Genau, also die... Also wenn man die in Ruhe lassen würde, dann wäre nie was geschehen, aber klassisches Ding, Menschheit übermannt halt alles und dann rebellieren die und sagen, ja, dann ficken wir euch jetzt mal. Genau, also die sind auch die, die die Weirwood Trees, also die Bäume mit den Gesichtern gebaut haben, durch die Brand zurück in die Zeit schauen kann. Sowas wie Enz. Genau, ja. Die sind halt so wie so ein USB-Netzwerk, in dem ganz viele Daten gespeichert sind. Wer kann durch die Zeit schauen? Klitschko. Klitschko, genau. Aber dafür braucht er halt diese Bäume. Also die Bäume sind halt echt wie Telefonzellen, die überall in der Welt verteilt sind. Ja, also ich meine, größte natürliche Netzwerke sind ja halt irgendwie so. Die sind Wurzel verbunden. Genau, und das ist halt da wirklich, ja, also magisch überhöht in Westeros. Und um sich gegen die Menschen zu verteidigen, haben die halt die White Walker geschaffen, um die zahlenmäßige Überlegenheit der Menschen gegen sie zu drehen. Achso, genau, weil die White Walker können ja auch jeden Menschen... Tote reanimieren, genau. Ja, genau. Die bringen die Menschen um und dann machen sie zu White Walker. Aber wie werden sie überhaupt... Also ich meine, der Ur-White Walker ist ja kein Mensch. Also kein toter Mensch, sondern der wurde geschnitzt, oder was? Mensch, und dem haben sie mit, dem haben sie den Dragonglass, also Obsidian, in die Brust gedrückt. Und ihn dann mit Magie wahrscheinlich... Obsidian? So ein schwarzer Kristall. Okay. Gendry, der mit den ganz kurzen Haaren, der Bastard vom Saufkönig, der Schmied, der schmiedet die ganze Zeit unter Winterfell Waffen. Ist das der Typ, der mit Gesichtswandlungsmädeln befreundet ist? Genau. Und das... Ach stimmt, das war ja auch nochmal eine Geschichte, dass der eigentlich ein Hörer ist. Genau, er ist der Bastard von King Robert. Aber er hat... Und King Robert weiß das auch, aber hat es irgendwie nicht... Nee, King Robert wurde ja... Der war schon vorher tot. Aber irgendwann weißt du das doch. Ich meine, der wird sicherlich gewusst haben, dass er ganz viele uneheliche Kinder hat. Ja. Oder beziehungsweise, da gab es halt eine Kasse, die dafür abgestellt war, das aus dem Weg zu schaffen. Ach, scheiße. Und die Lannisters haben die ja alle umbringen lassen. Können wir das... Bis auf Gendry. Können wir die einzelnen Bilder durchgehen? Wir sind jetzt erstmal noch am Anfang. Der Junge steht da, sieht diese große Armee. Und das ist die Armee von Winterfell und Zusammenschluss... Nee, das ist die Armee von Khaleesi. Das ist rein Khaleesi. Die Armee von Winterfell ist schon in Winterfell. Okay. Und warum ist jetzt nochmal diese Bitch, also die Schwester von der Gesichtswandlungs... Die Rothaarige? Genau. Warum ist die da jetzt nochmal Head of CEO? Also... Sie ist gerade die Lady of Winterfell. Lady ist halt einfach kein richtiger Titel. Nee, doch wie Lord. Ach so. Ah ja, stimmt. Nee, sie ist halt... Ladies and Gentlemen, sondern... Genau. Also, John wurde ja von den Leuten als King in the North benannt. Und sie wäre dann halt... Also, eigentlich wäre der Junge Klitschko, Lord of Winterfell. Ja. Weil die Jungs Vorrang haben vor den Mädels. Aber der ist ja da jenseits von... Also, denen interessiert es ja auch alles nicht mehr. Aber weil er halt einfach so böseweise ist, wäre das doch gerade eine gute Sache. Ja, aber der ist halt so jenseits... Also, ihnen interessiert es halt wirklich alles nicht mehr. Der hält sich da auch raus. Aber kann der auch in die Zukunft schauen? Oder hat der das schon getan? Also, das heißt, er weiß auch, was passiert. Kann er? Ich weiß nicht, ob er das schon gesehen hat. Ich meine, eigentlich müsste er können. Also, der... Ich meine, weil ihn das... Also, er wirkt halt auch... Der alte Three-Eyed Raven hat ihm ja auch immer Visionen geschickt. Ja, genau. Und den anderen ja auch. Die beiden Kinder, die ihn da hingebracht haben. Ja, genau. Die Reed-Geschwister. Die haben ja auch immer Visionen bekommen. Also, eigentlich müsste er auch leicht in die Zukunft schauen können. Was ist mit den Kindern nochmal passiert? Der eine ist gestorben. Warum? Und die... Erkältet oder sowas? Nee, kurz bevor sie da den Baum erreicht haben. Wurde erstoffen von Zombies. Ach so, okay. Also, von White Walkern. Genau. Nee, von Zombies. Also, von den Whites. Von den reanimierten Toten. Die White Walker waren da noch nicht vorgerückt zu dem Punkt. Also, Whites sind Tote, die von White Walkern animiert wurden. Genau, das sind die Zombies. Die heißen Whites. Sind aber noch keine White Walker. Nein, um White Walker zu werden, das hat man in einer Folge gesehen. Ähm, der Night King kann Babys zu White Walkern machen. Das waren die Babys, die ihm immer als Opfer dargebracht wurden. Und die hält er einfach noch hin und dann sind dies? Oder schiebt er da auch einen Obsidian rein? Nee, er drückt den... Da hat ihm nur den Daumen aufs Gesicht gedrückt. Und dann, ne? Naja, weil sie wahrscheinlich auch in dem Moment kurz mal ein ruhigliches Baby hatten und dachten, naja, wäre jetzt blöd, wenn da halt irgendwie so eine Zombiehand irgendetwas Schlimmes macht. Ich denke mal, eh, da hat er wahrscheinlich ein ganz lieber Schauspieler nur so einen gruseligen Handschuh, damit das geht. Nicht mal der Handschuh, der Handschuh ist reingesetzt. Das sieht man noch relativ deutlich, ja. Also, es ist... Man sieht einfach nur ein Baby. Genau. Und dann drückt sich der 3D-animierte Fingernagel darauf und dann werden die Augen blau. Okay. Ich dachte, die Babys haben alle blaue Augen, wenn sie... Nein, komplett blau, wie bei den White Walkern. Ah, ja. So. Ähm, genau. Also, so entstehen White Walkern. Aber warum ist die Bitch jetzt da die Head of Instruction? Weil sie die älteste Tochter ist. Okay. Und warum, äh, Frage, das hab ich ja gestern glaube ich 27 Mal gefragt, glauben die alle, also die, äh, die Bitch und die Gesichtswandlungslady, die sind Geschwister. Genau. Und, äh, Klitschko ist auch ein Bruder von denen. Und warum glauben alle noch, dass der Jon Snow auch ein Bruder von denen, aber ein Stiefbruder von denen ist? Ja. Was ja nicht der Fall ist, hast du gesagt. Ja, genau. Aber alle glauben es. Ja, das war... Beziehungsweise Klitschko weiß, dass es nicht so ist, ne? Ja. Klitschko weiß, dass es sein Cousin. Genau. Oder? Ja. Aber sagt jetzt nichts. Na, alle anderen Gaben, also, ähm, Sean Bean wurde halt aufgetragen... Sean Bean? In der ersten Staffel. Also, Kopf ab. Lord Eddard Stark, genau. Ihm wurde aufgetragen, beschütz meinen Sohn von Leanna. Leanna? Von seiner Schwester, die bei der Geburt gestorben ist, die bei der Geburt gestorben ist, oder die kurz nach der Geburt gestorben ist. Von Jon Snow. Genau. Und Jon Sons Mutter hat ihm gesagt, beschütz meinen Sohn. Und hätte er gesagt, dass er der Sohn von Rhaegar und Leanna ist, also hätte der Saufkönig das erfahren, hätte er ihn umbringen lassen. Also, wusste Sean Bean das? Ja. Er wusste das. Und er hat einfach, um dieses Versprechen einzuhalten, hat er immer gesagt, nein, es ist mein Bastard. Okay. Und hat ihn so als Teil der Familie großgezogen. Also, wenn man zurückgeht, Sean Bean sagt ihm halt auch immer so ganz kryptisch gesagt, you may not be a starker name, but you have my blood. Okay. Also, er formuliert es schon immer so, dass er sich nicht... Aber klar, das war gut auszulegen, auch für einen Bastard. Ja. Und er hat es niemandem verraten. Okay. Dass er der rechtmäßige König wäre. Gleichzeitig rühmt ihn das so ein bisschen, weil ja sehr viele Könige rechts und links gepoppt haben und da nie was getan haben. Und er sei einer der wenigen, der sagt, von wegen... Genau, das war halt auch immer so eine der Sachen, ausgerechnet der ehrbare Eddard Stark wurde von irgendeiner Schlampe in der Taverne verführt. Naja, wow. Naja. Also, es gab immer ein paar Charaktere, die daran gezweifelt haben. Littlefinger war auch immer so einer von denen. Lenk mich jetzt nicht ab. Was ist Littlefinger nochmal? Littlefinger war der, der in der letzten Staffel die Kehle aufgeschlitzt wurde. Ich würde sagen, 20 wurden in der letzten Staffel die Kehle aufgeschlitzt. The one who always talks like that. Who always conspires against the realm. Ach, diesen kleinen Fusselbart, der man hatte? Genau, mit der Gesichtsmuschi. Aber der immer so, der hatte den Puff, ne? Ja. Ja, dann weiß ich doch. Naja, ähm, so. Deswegen ist das so pikant und deswegen weiß es halt, es war noch weiß es keiner. John weiß es ja am Anfang der Folge auch noch nicht. Ja. Für alle anderen ist das eigentlich schon eine Staffel lang klar. Und Khaleesi ist jetzt seine Schwester? Seine Tante. Äh, Tante. Sie ist die jüngste Schwester seines Vaters. Ja, okay. Ja. Immer noch nicht cool. Nee. Nee. Nicht so schlimm, wie es in der Serie teilweise ist. Ja. Aber immer noch nicht cool. Klassischer Saarländer, würde man wahrscheinlich sagen. Nee, das sind die Lannisters, wo die Zwillinge miteinander Sex haben. Ah, okay. Ja, gut. Ja, so. Äh, okay. Ähm, warum ist die Bitch jetzt so bitchig? Nicht gegenüber Khaleesi. Na, weil der Norden halt eigentlich unabhängig erklärt war. Und John Snow. Was heißt das denn? Das ist jetzt wie die Ukraine und Russland oder was? Ja, genau. Der Norden hat ja gesagt, nein, wir haben halt wieder einen King in the North. Und Khaleesi adiktiert jetzt den Norden wieder. Ja, genau. Also die Bedingung, unter der. Die macht den Putin. Ja. Die Bedingung, unter der John Snow die Armeen von Khaleesi bekommen hat für den Kampf, war ja, dass er sich ihr verpflichtet. Warte nochmal langsam. Ich war gerade woanders. Was? John Snow ging ja zu Khaleesi und hat gesagt, alles ist egal. Nachdem sie ineinander geschlafen haben? Nee, davor. Ja. Als sie sich kennengelernt haben. Alles ist egal, aber eine Armee von hunderttausend Toten marschiert auf uns zu. Wir brauchen Hilfe. Ah, okay. Und sie hat gesagt, kein Problem, Ben Benet. Also, knie dich hin und schwör mir treuer. Nier zur Sorte. Genau. Als Königin. Und er hat lange gesagt, das macht er nicht. Und dann hat sie ihr Kleid auch gemacht. Und irgendwann hat er nachgegeben. Und das sagt die rothaarige Lady of Winterfell ja auch. Hast du dich ihr verpflichtet, um das Volk zu retten? Oder weil du in sie verknallt bist? Ja. Okay. Legitimer Punkt. Ja, also ist gar nicht so bitchy, wie man denkt. Nein, nein. Sondern sie ist halt mittlerweile auch so eine gewisse taktische Weisheit. Genau. Sie hat ja von Littlefinger gelernt. Ja. Unter anderem. Also sie wurde ja auch gar nicht so schlecht geschult. Eben. Sehr stark gepeinigt. Harte Schule. Aber ja, sie hat von dem Besten gelernt. Ja, und von dem Kleinen. Genau. Und dem sagt sie ja auch noch, ich hab dich für den klügsten Mann in allen sieben Königreichen gehalten, als er sagt, nein, nein, meine Schwester hat zugesagt, dass ihre Armee nach Norden marschiert und hilft. Wie nein, nein? Naja, äh, Tyrion, der Kleine. Ja. Er glaubt ja noch an das Versprechen vom Ende der siebten Staffel. Dass da war? Dass die Lannister Armee nach Norden marschiert und hilft gegen die Toten. Ja, aber darum geht's aber da nicht. Ja, aber die Lannisters kommen nicht. Wer hat denn das versprochen, dass sie kommen? Cersei, die derzeitige Königin. Shame, shame. Genau. Die Kurzhaarige? Ja. Die hat gesagt, nein, nein, kein Problem, geht schon mal vor, wir kommen nach. Und währenddessen hat sie halt Euron, den Piratenkönig, der sich so ein bisschen benimmt wie der Joker oder wie Sid Vicious, der mit ihr gepoppt hat jetzt. Ah, ja. Der immer so dreist ist. Gehört der nicht auch zu den Eiseninseln oder sowas? Genau, genau. Der ist irgendwie auch ein Stiefbruder oder ist das ein richtiger Bruder von denen? Er ist der Onkel von denen. Ah, der Onkel. Vom Schwanzlosen. Ja. Vom Schwanzlosen und von der Kampfschwester. Genau. Die Inseln fand ich auch optisch sehr geil. Ja, die Iron Islands. So Stufendinger da. Was? Die Anahe? Iron Islands. Die Eiseninseln, ja. Ähm, genau. Und der ist halt in der Zeit nach Essos gesegelt, also auf den östlichen Kontinent. Genau. Und hat da 20.000 Legionäre mitgenommen. Also 20.000 Söldner. Äh, ins, äh, warte, 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 warum hat er das gemacht? Ja, weil, weil, weil Cerseys Logik ist halt, die warten jetzt halt mal ab. Cersei ist Shame. Genau. Die warten jetzt mal ab, wie die Schlacht zwischen den Lebenden und Toten ausgeht und was dann noch übrig ist, mobbt sie einfach auf mit den Söldnern. Was heißt aufmobben? Also macht sie platt? Ja. Aber was hat sie denn davon? Ne, sie, Khaleesi will ja Königin werden. Ja, aber ich meine, wenn sie jetzt weiß, dass das, oder wenn sie mitkriegt, dass die White Walker die ganzen Menschen platt machen und die restlichen, die übrig sind, macht sie dann platt, dann kann sie ja sicher sein, dass die White Walker sagen, ja, und dann machen wir euch platt. Ja, das ist ja, das ist ja das eine Szenario. Das andere Szenario ist, ähm, die geballte Armee im Norden besiegt die White Walker. Wird dezimiert. Hat aber schwere Verluste. Und dann machen sie sie platt. Genau, mit 20.000 frischen Söldnern. Also ist es eigentlich ein Pokern, was sie macht? Genau. Also auch ein ziemlich gefährliches. Ich meine, wenn nicht, wenn die White Walker kommen, hat sie immerhin 20.000 Soldaten mehr als vorher, um sich zu verteidigen. Gab es denn jemals einen Kampf gegen die White Walker, äh, den die White Walker verloren haben? Ja, Kampf jetzt nicht ein Mau-Mau-Spiel. Ne, ich meine also, die haben ja alle... Wo es einem Putt endete. Die haben doch alle, beziehungsweise die Hohen, die Reichen, die Wissenden, haben doch alle ihre Bücher der letzten tausend Jahre... Ne, das hat ja keiner, es glaubt ja keiner mehr dran. Das ist ja die Sache, die ganze Prämisse der Serie ist ja, alle sagen immer, ne, Unsinn. Das ist so ein bisschen wie die AfDler, die komplett Hitler und Klimawandel vergessen und sagen... Ne, das ist ja auch eine der beliebtesten Lesarten, dass das Ganze eine Metapher für den Klimawandel ist. Okay. Die ganze Show. Also eigentlich... Naja, und vielleicht auch ein bisschen der Rechten. Ja, eigentlich müssten wir uns alle zusammenschließen und aktiv was gegen die Natur tun, die uns vom Planeten auslöschen möchte. Und alle sind so, ne, also ich glaube, ich verdiene ein bisschen mehr Geld, wenn ich das da annektiere. Gegen unseren Raubbau vielleicht an der Natur. Ja, na genau, aber die Frage ist halt auch, kommen die White Walker jetzt einfach so nach Süden oder gab es irgendwas, was das ausgelöst hat? Ne, du hast ja ursprünglich gesagt, das waren die kleinen Elfenkinder, die gesagt haben, ey, wenn ihr safe seid. Ja, genau, aber die White Walker, die waren ja tausende Jahre im Norden, jenseits der Wall, ohne Ambitionen zu haben, zurückzukehren. Na, aber jetzt haben sie halt, glaube ich, diese Weltgier der Menschen, ne, die sich gegenseitig... Das ist halt die Frage, ob es da tatsächlich einen konkreten Auslöser gab. Eine, eine andere Theorie... Gab es nie oder was? Also niemand hat den irgendwie auf den Deckel gepinkelt oder was? Noch weiß man es nicht. Okay. Aber, oder war es vielleicht die Geburt von Jon Snow, die die reanimiert hat, dass sie halt sagen, okay, also weil es gibt halt, es gibt halt zwei... Die Geburt oder die Wiedergeburt? Die Geburt von Jon Snow. Warum? Er ist doch auch nur ein ganz normaler. Es gibt in ganz Westeros gibt es zwei magische Blutlinien. Was heißt das denn schon wieder? Dann die Starks, das ist der mit dem jungen Klitschko, die können sich doch alle in Wölfe und so reinversetzen. Aber Snow ist auch ein Stark. Zur Hälfte. Und die andere magische Blutlinie sind die Targaryens. Was er auch ist. Genau. Naja, aber ist es besser reines Blut zu sein oder ein Double Mix? Ja, aber das ist halt die Frage, so ich meine, so generell, sind die White Walker wirklich besiegt worden bei der ersten Long Night oder haben sie sich zurückgezogen? Freiwillig. Ja, aber warum? Es sind White Walker. Ja, aber... Die sind ja jetzt nicht so von wegen, lass feiern und lachen. Die sind ja mehr so eisgeil. Ja, aber ich meine, tausend Jahre lang haben sie gar nichts gemacht. Tausend Jahre sind ein Tag für einen White Walker wahrscheinlich. Ja, aber genau. Schönen Grüße an Udo Lindenberg. Äh, Jürgens. Ähm, ne, die wandern halt friedlich im Norden. Und ohne irgendwie Ambitionen zu haben, die Menschen zu verletzen. Und das war alles eine mehr oder weniger so friedliche Koexistenz. Und die Frage ist halt, gibt es irgendwas... Also eigentlich sind die so eine Prämisse für Gleichgewicht. Die sind auch nicht, die sind nicht ähnlich wie die Menschen Gier, vollkommene Macht. Sondern die sagen, wenn ihr euch benehmt, lassen wir euch in Ruhe. Wenn ihr scheiße werdet, dann kommen wir und bringen wir das Gleichgewicht, indem wir euch platt machen, zur Hälfte. Ja, genau. Ist das... Sind die halt so ein Korrektiv der Natur? Oder ist es die Geburt der Drachen gewesen, die sie erst richtig erzürnt hat? Also haben sie es eigentlich aus allen Richtungen so konstruiert, dass man in aller Richtungen vermuten kann? Ja, genau. Es ist Feuer, es ist Eis, es ist Wasser, keine Ahnung. Also ich meine, die Buchserie, auf der es basiert, heißt ja auch Song of Ice and Fire. So. Also ich meine, das ganze Gleichgewicht der Serie ist ja so. Die Starks stehen für das Eis im Norden und die Targaryens für das Feuer der Drachen. Ja. Und die Frage ist halt, ob das wirklich, ob Jon Snows Geburt halt irgendwas ausgelöst hat, was die White Walker dazu veranlasst hat, jetzt Richtung Süden zu marschieren. Er würde sagen, nein. Naja, aber ich meine, da gibt es halt verschiedene Theorien, man weiß es noch nicht, aber es wäre ein bisschen platt, und das glaube ich auch, und das sind halt auch viele Sachen, also viele Leute, die darüber reden, es wäre ein bisschen platt, wenn die White Walker einfach nur böse wären und einfach nur die Menschen umbringen wollen. Ja, das glaube ich auch nicht. Genau. Und dann ist halt die Frage, was hat das ausgelöst? Ja. Sind die vielleicht selber bedroht? Gibt es noch was Schlimmeres im Norden, was die in den Süden treibt? Was waren denn eigentlich, nee, ich frage mal was anderes, ich gehe nochmal die erste Folge rein, da war doch irgendwie so ein Puffmoment, wo der Söldner und gute Freund von dem Kleinen da irgendwie aufgemobbt wurde, hier, die sollst du irgendwas machen. Was war denn das? Ähm, die Schäme. Beziehungsweise, wo ist der gerade und was macht der gerade? Er ist gerade in King's Landing, also in der Hauptstadt. King's Landing war nochmal Wolfsland. Nein, die Hauptstadt. Die Hauptstadt, Hauptstadt von Mittelerde. Ja, genau, von Westeros. Westeros ist aber... Da, wo Queen Cersei, Schäme, gerade Königin ist. Was macht der da? Der lebt da noch. Der war ja, letztes Mal war er ja da, als er aus der Schlacht mit Jaime, Stumpenhand, zurückgekehrt ist, wo Khaleesi alles mit ihren Drachen aufgefegt hat. Und der Kleine, wo war der Kleine? Er war doch immer in der Nähe von dem Kleinen. Äh, nee, nein, nein, der wurde ja dann ins Exil geschickt, nachdem er seinen Vater umgebracht hat. Der Kleine hat seinen Vater mit einer Armbrust auf dem Klo erschossen. Ach, genau, der ihn doch irgendwie so angekackt hat. Mit genau der Armbrust. Mit genau welcher Armbrust? Die ihm gegeben wurde, die dem Söldner gegeben wurde. Ach, äh, wurde ihm eine Armbrust gegeben? Ja, genau. Qyburn, der verrückte Wissenschaftler von Westeros. Ach, der Hathor jetzt zu so einem Halb gemacht hat. Genau, zu einem Zombie gemacht hat. Das ich übrigens auch spielen könnte, weil der muss ja nichts machen, außer mit seiner Vollrüstung. Die Hälfte davon kannst du spielen. Ja. Aber jetzt mal mit, also jetzt, ich war da abgesehen von meiner Größe. Wenn man uns beide zusammenknotet, könnten wir es machen. Guck mal, du bist. Wie Vincent Adultman. Du bist Master Performer in einem halben Pferd. Ja, ja. Das trainierst du mit deiner Fähigkeit nach oben und nicht in die Länge. Und schon bist du. Und dann setzen wir uns noch 60 Kilo Rüstung auf und schon sind wir fertig. Genau, du setzt dich auf meine Schultern und wir setzen uns halt einfach so eine, so Litfassröhren auf. Und du machst dir das Gesicht noch grün an. Oder wie Totempfahl. Und dann klauen wir uns hier noch das Schwert von der Zwingli-Kirche. Und da gehen wir immer grimmig mal einen Schritt nach vorne und ich mache drinnen mit einer Dose. Das ist alles, was der macht. Ich meine, der muss doch auch irgendwie denken, wenn er das Buch gelesen hat. Äh, wirklich? Man sieht es gar nicht? Vielleicht gibt es das noch, ne? Ja. Am Ende der letzten Staffel wurde ja auch schon so ein bisschen versprochen, dass sein jüngerer Bruder ihn umbringen möchte. The Hound. Der mit der fetten Narbe im Gesicht. Ach, der, der, genau. Genau, der hatte die Narbe von seinem älteren Bruder. Der Nadel so, des Gesichtsverhandlungsmedels so lustig. Also wo du gemerkt hast, die haben sich gegenseitig angeschissen, aber gleichzeitig war der Untertext schön dich zu sehen. Schön, dass du lebst. Du bist wahrscheinlich die kaltherzigste Schlampe in Westworld. Gross. Und deswegen lebst du noch. Genau, und das war ja auch irgendwie so ein Vater-Tochter-Verhältnis zwischen denen, ne? Ja, genau. Der ja auch tatsächlich, also auch wenn er halt so ein harter Hund ist, der ja nie... Passt zu seinem Namen. Aber der hätte ja zum Beispiel nie irgendeine Frau vergewaltigt. Ja. Und der hat sich ja immer wirklich galant, also halt so dieses klassische Ritterideal, so hat er sich ja verhalten, hat sich auch immer an irgendwelche Abmachung gehalten, auch wenn es scheiße war. Der hätte doch auch irgendwann mal relativ am Anfang die Bitch gerettet, oder? Vor so einer Vergewaltigung oder irgend sowas. Ja, ja. Genau, und das dann halt auch mehr so mürrisch und widerspiegelt. Also, man macht es halt, aber du wärst es eigentlich nicht wert oder irgendwie so. Aber er hat es halt gemacht, weil es das wichtiger ist, als wie finde ich die Leute. Ja, ja. Okay, aber jetzt der Typ ist noch in King's Landing, dieser Söldner-Typ. Bronn heißt der, ja. Und kriegt von wem jetzt... Vom verrückten Wissenschaftler, der gibt ihm eine Armbrust, die mit der Tyrion, der Kleinwüchsige, seinen Vater ermordet hat. Aber der Wissenschaftler, der ist ja auch echt eine Koryphäe. Der ist super, ja. Eigentlich ist der super. Diese blau-grünen Bomben ins Schifter gebracht. Nee, nein, das waren andere. Ach so. Das Wildfire, das waren andere. Aber davon gibt es noch reichlich unter der Stadt, keine Sorge. Das ist so ein Napalm-Zeug, ne? Ähm, griechisches Feuer, ja. Also ich meine, es brennt auch Wasser oder irgend so war da auch was, ne? Genau, es lässt sich mit Wasser nicht löschen. So, naja, so ein annäherndes Napalm-Ding. Mit ein bisschen Spuk. Also wie gesagt, das gibt es auch als... Zu kaufen? Nee, in der Historie, als griechisches Feuer. Also die Griechen haben da auch irgendeine chemische Mischung entwickelt. Okay. Das ist nicht ganz ausgeschlossen, dass man sowas nur chemisch entwickeln kann, auch mit der Wissenschaft von Westeros. Aber das ist, da gibt es so einen Clan, die Pyromancer heißen die. Und da sie wissen, dass... So wollte der Mad King auch die Hauptstadt niederbrennen. Okay. Und es ist immer noch bekannt, dass er Söldner ist, also immer noch von jeder Partei für Geld alles macht. Und er ist halt einfach scheiße gut. Genau. Und deswegen sind sie zu ihm hin, egal wie sie ihn finden. Genau, bring beide Lannister-Brüder um. Also Stumpen und den Kleinen. Mit der Armbrust. Warum denn? Also damit sie definitiv alleine ist und niemand mehr rein rechtlich Anspruch hat auf King's Landing und die ganzen Landen. Nein, und die haben sie halt beide verraten. Also ihre Brüder haben sie halt in ihrem Mindset beide betrogen. Oh, wie denn? Wieso? Naja, Tyrion, der Kleine, ist die rechte Hand von Königin Khaleesi. Ja, aber er ist im Sinne ja auch der Weiseste von den Dreien. Ja, er hat auch ihren Vater umgebracht. Ja, dass er auch nicht ganz verkehrt war. Naja, was denen angetan wurde. Ja, ich weiß, aber ich meine, der Affront gegen sie ist schon klar. Und Jamie, ihr Liebhaber, ist halt einfach eigenmächtig nach Norden geritten. Um da Khaleesi zu helfen. Und Jamie war ja zusammen mit ihr immer verhasst gegen den Kleinen. Und plötzlich haben die sich wieder angenähert. Und das ist vielleicht dann auch was, wo sie sagt, du warst halt immer mein Bruder. Und jetzt bist du wieder mit dem, den wir zusammengehasst haben. Beziehungsweise er war ja nie so, er hat den nie gehasst, den Kleinwüchsigen. Ja gut, aber er hat halt sie nie gebremst, wenn sie gesagt hat, dieses kleine Miststück. Sondern er hat dann, ja klar, wenn du meinst, keine Ahnung. Ja, genau. Und er war ja immer an ihrer Seite, immer, egal was passiert ist. Und er hat ja auch Klitschko aus dem Fenster gestoßen für sie. Ja, genau. Das war ja auch das finale Bild. Genau. Dass Klitschko ihn anschaut und er sichtlich so einen Panik hat. Und Klitschko ihn mit so einer elendigen Weisheit anschaut und sagt, ich weiß, was an dir vorgibt, mein Freund. Ein bisschen Peter Maffer-Style. Ich habe es ja gestern nochmal gesehen, die Folge. Das würde ich auch nochmal machen. Er sitzt ja da auch im Hof und dann kommt ja der dicke Freund von Jon an und fragt, was machst du hier? Und er sitzt so da, ich war doch mal halt ein Freund. Achso, dann sieht er vielleicht doch in die Zukunft. Ja. Dass er weiß, der kommt sei. Beziehungsweise, oder er hat halt über das Baumnetzwerk gesehen, dass er auf dem Weg ist. Ja. Aber ich muss auch sagen, die Entwicklung von dem Lannister, also von dem Stumpen Harry. Der ganze Handlungsstang ist super von ihm. Also dieser klassische Redemption-Arc, der als Schurke eingeführt wird und so ein ekelhafter Schnösel. Ja, ich würde mir echt denken, was für ein Wichser. Und halt auch mit Frauen und hast nicht gesehen und wo du echt die Hand dann denkst, ja. Da war es dann schon und wo du denkst, ach scheiße. Auch die ganze Entwicklung mit dieser Schweighöfer-Frau, die große blonde Kriegerin. Also die anderen, die Guten blieben irgendwie immer gut, beziehungsweise so diese mittelfrächtigen blieben halt auch immer so. Und er hat halt einfach so eine geile Welle gemacht. Genau. Und er hat jetzt halt einfach auch richtig die Chance, alles wieder gut zu machen. Ja. Und der ist ja auch mal, so die Geschichten, wenn Khaleesi, also die Schauspieler und er rumlaufen, wer das erzählt, Colbert oder sowas, wo sie als Gast da war, meinst von wegen, dass dann immer gesagt hat, ey, du bist so Lannister, lass Fotos machen und reichen dann Khaleesi das Handy in die Hand. Ja, Jon Snow war das dann meistens, weil die halt eher so. Aber das fand ich halt total geil, dass die halt, aber ich hab die ja auch nicht erkannt. Ich hab gesagt, was ist denn da los? Nee, aber das, also super Bogen und auch für ihn, er wollte ja immer so der klassische Ritter sein. Das war ja immer seine, seine Sache und er hat es halt einfach auf ganzer Linie verbockt und das einzig Gute, was er gemacht hat, die Hauptstadt zu retten, indem er den König umbringt. Ich wollte gerade sagen, seine größte Handlung ist ja ein Verzerrk. Ja, aber das wird ihm halt richtig nachgehalten, von allen Seiten. Ja, ja. Aber über allem steht ja immer so ein moralisch-ethischer Wert, ne? Also du sagst von wegen, ja klar, ich mach alles um den König zu, aber wenn du merkst, der kippt in der allgemeinen Moral für den König, dann stehe ich immer noch da drüber. So, beziehungsweise so hat er ja gehandelt. Oder zu sagen, ja gut, das hat er gemacht, muss ich ja auch mitmachen. Also, naja. Ja, und der meint ja auch, er hat schon, der hat, also die haben da viel mitgemacht in der Kingsguard, was der Mad King gemacht hat. Ja. Unter anderem den Großvater von Klitschko und dessen Onkel verbrannt bei lebendigem Leibe. Was man auch nicht gesehen hat, aber das ist auch so ein bisschen das. Deswegen wurde überhaupt Eddard Stark, also Sean Bean, Warden of the North. Weil der war eigentlich auch nur der mittlere Sohn. Okay. Aber gut. Der Söldner, hat der jetzt eigentlich Geld angeboten gekriegt? Oder wieder irgendwelche... Mehrere, mehrere, nee, mehrere Thunen mit Gold. Thunen sind die, diese Thunpötte oder was? Nee, Thunen. Ach, Thunen. Ich hab Thunen verstanden. Thunen mit Gold. Und das meinte auch der verrückte Wissenschaftler, wenn Cersei etwas will, dann zahlt sie ihm voraus und nicht schlecht. Aber warum macht das der verrückte Wissenschaftler? Das ist ja schon mal eine Frage, warum lässt er diese Frage? Also ihn, der wurde ja, der war ja auch einer aus der Meistergilde, also die da in einer großen Bibliothek arbeiten und da haben sie ihn verbannt, weil er halt so radikale Methoden hatte. Ja, wahrscheinlich, weil er Sachen gelesen hat, gesagt, ey, die will ich gerne ausprobieren. Nein. Naja, genau, und hat so Sachen, er hat halt mehr oder weniger Toten reanimiert. Äh, wieso, was hat er gemacht? Na, der Mountain. Ach so. Ist ja... Wie ist der da umgekommen? Äh, der wurde von Oberon, dem er die Augen in den Kopf gedrückt hat, vergiftet. Der Speer von Oberon war mit Gift benetzt. Ach, das ist ja blöd. Also ich meine, der ist halt wahrscheinlich nicht ganz tot, aber so halbhirntot oder so wird er da halt in der Rüstung stecken. Und der Schauspieler meinte ja auch, also der gegen den Thor da gekämpft hat, meinte er, das war schon, auch wenn sie wussten, dass es Plastik oder diese Pappwaffen sind oder sowas, meinte er da, du kriegst Muffe, weil der Typ ja nichts weiter da macht, schauspielerisch, als Tier, was er halt ist und dann mit einem Gesichtsausdruck, den er schon ganz gut spielen kann, auf dich zu rennen und du merkst halt von wegen, ein Arm ist dicker als mein ganzes Bein. So, und dann meinte er es halt einfach, du hast bei der Choreos alles gut klappt, weil wenn nicht, dann, und er meinte, das Schwierige war immer vorher, dass der halt immer so ein liebes Lächeln hat oder Lachen hat, nein, nein, wie macht der da nicht böse irgendwas? Und dann siehst du das und denkst, scheiße, es ist immer noch ein Fleischberg, der, wenn irgendwie ein Schritt falsch ist, jetzt so für die, nee, das war falsch, sondern dann, dann fehlt mir irgendwas. Also das so, oder als du ihn, auch wenn du draufsahst und dann halt nur so tun sollte, meinte er, ich hatte auch ein bisschen Schiss wegen der Hand und sowas, wo du ja auch weißt, also alleine vom Kampfsport oder Kraft mal gar, was so ein Stich in den Augen bedeutet. Und wenn du halt so einen Typen hast, wo du denkst, das, was man da sieht als Bild, das wäre für den ein leichtes. Ich glaube, das wäre, also er wäre so ein Kandidat auch, der, glaube ich, so einen Gehirnquetscher machen könnte mit seinen Händen, wo du denkst, der muss gar nicht die Augen eindrücken, sondern, genau, der knallt mit seinen Händen einfach mal, wenn du dazwischen bist, dann auf jeden Fall hast du deine Adresse vergessen, wenn du dazwischen bist. Ja, ich meine, allein, wenn der, da saß ja da auf ihm drauf. Das ist halt auch, was hat der denn für ein Kampfgewicht gerade, 150 Kilo oder was? Wahrscheinlich, und die Rüstung und das Ganze. Ja, naja, genau. Und der wurde reanimiert von dem verrückten Wissenschaftler Kyburn. Also der macht, der macht verschiedene Aufgaben auch, weil er mittlerweile so diese Position hat und das lustig findet. Er ist quasi auch Hand of the Queen, also er ist der erste Berater von ihr. Okay, also er darf quasi dieses Gift, was er generell, flößt ihr ja auch ein bisschen ins Ohr rein. Genau. Oder ist sie so, ist sie schon so? Nee, nein, er redet da gar nicht viel rein, er ist einfach froh, glaube ich, dass er seinen Job da frei ausleben darf. Also so ein bisschen den gelebten Sadio Masochus. Also sie ist ihm halt sehr dankbar, dass er sich immer für sie eingesetzt hat und umgekehrt. Okay. Also er hat ja auch, als sie nach diesem Shame Walk da war. Ja. Was ja eine andere Frau war und nur ihr Kopf drauf. Ja, genau. Hat er sie ja vom Mountain hochtragen lassen und in seine Robe gewickelt. Ja. Was ja auch ein schönes Bild war, so ein bisschen King Kong und die weiße Frau. Genau. Also er ist schon auch nicht unangenehm. Und er hat ja auch Jamies Hand gerettet, also Jamies Arm gerettet. Weil die anderen meinten, sie müssen den Arm an der Schulter abnehmen. Ach, okay. Naja, das ist ja schön, weil er jetzt so ein Captain Hook ist. Ja, und deswegen war er halt verbannt. Warum hat er denn nicht, ach der, der hat ja genau, der hat ja diese güldene Hand gekriegt. Ja. Ja, stimmt. Aber hat er nicht auch irgendwie eine Aufsteckwaffe als Pendant? Weil ich dachte, das muss doch super geil sein. Weil er konnte doch mit rechts, er musste doch mit links kämpfen. Ja, genau. Das hat er doch vom Söldner gelernt, oder? Ja. Und er ist immer noch nicht besonders gut darin. Ja. Aber da habe ich halt gedacht, der hätte doch irgendwer ihnen so ein leichtes Kurzschwert auf den rechten Stumpen, dass man das so klickmäßig rein... Ja, stimmt. Also es gibt tausend Techniken da oder tausend Mechanische. Vielleicht wird ihm ja noch eins geschmiedet. Weil er habe ich gedacht, weil er das ja noch voll... Also das konnte er ja sehr gut. Also wenn du dann einmal sagst, klink, weil das schlägt ja keiner außer Hand. Das zum Beispiel. Aber das Gute ist, er hat ja auch ein Schwert aus Valyrian Steel. Also das besondere magische Stahl, was White Walker töten kann. Okay. Er hat unter anderem eins davon, Jon Snow hat eins. Gibt es nicht so viel von dem Stahl? Nein, keiner weiß mehr, wie man das herstellt. Wie Bitcoin. Alle Game Boys stürzen ab. Nee, es gibt nur noch die Valyrian Steel Waffen, die es gibt. Okay. Und das ist so eine Handvoll. Ja. Also die Gesichtswechseldame hat einen Dolch daraus. Die in Needle. Äh, nee, Needle ist nur Stahl. Aber sie hat einen Dolch. Dad is Needles. Dad is Needles. Needles. Jon Snow. Stumpenhand hat einen. Die große Kriegerdame hat eins. Wer ist die große Kriegerdame? Die Schweighöferdame. Ah, okay. Dann der dicke Freund von Jon Snow, der hat ein Schwert von seinem Vater gemobst. Aber wieso? Der liest ja jetzt nur. Ja, aber der gibt es dann weiter. Also in den Trailern sieht man schon, das hat dann Ser Jorah Mormont. Der mit dieser lustigen, mit seiner Frau, die immer ein bisschen einfältig geredet hat. Mhm. Ja. Die Schauspielerin hat aber auch schon ein paar andere Rollen gespielt, die ich gesehen habe. Unter anderem in, wie ist das? Kids? Ja, ja. Britische Kids-Variante. Und da hat sie ähnliche, ähnlichen Typus gespielt, was ich interessant fand. Also sehr krasse Serie so. Aber sie war auch wieder, yeah, really? You think so? Das wird immer ein bisschen einfältig. Aber vielleicht, manchmal ist es ja auch sehr, manchmal ist man so ein bisschen verführt von, von, also ihre, zum Beispiel ihre Zahnstellung ist ein bisschen so, dass wenn ihre Schneiderzehen sehr weit nach vorne sind, der Mund nie richtig geschlossen ist und man immer denkt, bisschen, bisschen langsamer, obwohl das, also es ist halt, ja, leider, vielleicht ein Klischee in meinem Kopf, den ich noch rauskriegen muss. Okay, hat denn der Söldner jetzt zugesagt, oder hat er erstmal gesagt, boah, ich gucke mir das mal an? Weil das ist ja halt einer seiner... Er hat zugesagt, aber ich glaube nicht, dass er es macht. Ich glaube, er reitet eher hin und hilft. Ja, und sagt hier von wegen, ihr steht auf der Liste. Eure Schwester will euch platt machen. Aber da weißt ihr doch auch, oder? Also der Zwerg, der weiß, dass es seine Tochter, äh, Schwester Ihnen am liebsten... Ja, ja, ja. Aber er hat ja noch geglaubt, dass die Lannister-Armee kommt. Aber der ist doch eigentlich so klug. Ja, das meinte die Bitch ja auch. Ah, okay, okay. Die meinte ja auch, ich hab dich für den klügsten Mann in den Sighten Kingdoms gehalten. So, jetzt mal zum nächsten Strang, der ziemlich spannend ist. Was ist denn mit diesem roten Vollbart, äh, der, der aus dieser, aus dieser, aus dieser Wikinger-Grönland-Ecke kommt? Ja, Thormund-Giants-Bane. Genau. Dann nur eine kurze Frage. Aus seinem Volk gab es ja auch mal einfach mal so eine 4-Meter-Hühen, die damals an der, an der, äh, Eiswander gekämpft haben, oder? Wir haben mit den Wildlings gekämpft, die Giants, ja. Aber was sind das denn für Jungs, Alter? Na, der letzte davon, der ist gestorben beim Battle of the Bastnuts. Der letzte. Also es gibt keinen mehr, es gab auch keine Giant-Women, die jetzt irgendwie Giant-Restaurants haben oder sowas. Nein, nein, er war der letzte seines Volkes. Aber das Gute ist, der White Walker hat ein paar Giants reanimiert. Das ist ja riesig. Ja. Also, im wahrsten Sinne. Ja. Die sehen wahrscheinlich gut aus als Thor. Die waren, die waren halt, ähm, also, ähm, Thormund, Giants, Bane und, ähm, Thoros of Mir. Warte, 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 warte. Nein, nicht Thoros of Mir, ähm. Doch. Ich höre, irgendwie dieses Gebore hier wird irgendwie gerade in Baustelle. Der, der Einäugige, der Einäugige, der mehrfach von den Toten zurückgebracht wurde. Das ist nicht Thoros of Mir, Thoros of Mir ist der Priester. Ach, der ist schon x-fach umgebracht worden? Genau, Beric Dondarrion. Ah, stimmt. Wer hat den immer zurückgebracht? Der, der, ähm, der war auch ein roter Priester. Genau wie die rote Dame. Ah, aus dem Shadowbinder? Nee, er ist kein Shadowbinder. Er ist, ähm, er war einfach nur roter Priester. Er war, ähm, gehörte irgendeinem anderen Clan, der, äh, vom Roten. Also, die dienen ja auch dem, dem Feuergott. Rollor. Rollo? Rollor. Rollö? Ja, the Red Lord. Wo, wo ist der denn gewesen? Der ist, der ist so eine Gottheit aus dem fernen Osten. Aber. Hat man ihn schon gesehen? Nee, aber eine, die halt ein bisschen echter ist als die anderen, als die sieben, von denen sie immer reden. Weil offensichtlich, der kann ja, ähm, Leute von den Toten zurückholen. Das hat bei Jon Snow funktioniert, das hat bei Beric Dondarrion funktioniert. Also, der rote Vollbart. Genau. Und seine Gang. Ja. Wo sind die gerade hin? Die sind, die waren an der Wall, als der Night King die mit dem Drachenfeuer gesprengt hat. Äh, Drachenfeuer heißt tatsächlich Drachenmachtfeuer? Genau, ja. Den reanimierten Drachen. Ja. Und der, so sind sie ja, so sind die Toten ja durch die Wall gekommen. Genau. Jetzt sind die Toten ja im Lande. Genau. Und, ähm, die waren an der Position da und sind dann zur ersten Burg südlich der Wall gegangen. Das ist so eine, das ist so, ist das auch so ein Söldner-Kolliquium oder ist das? Äh, nee, die haben dann quasi die Night's Watch übernommen. Ja, ich meine, aber sind das vorige, sind das alles, ist das alles eine Bande oder ist das so ein zusammengewürfeltes? Ein zusammengewürfelter Haufen. Also, da sind ein paar Leute von der Night's Watch dabei, die dabei waren, ein paar Wildlings, Beric Dondarrion, der halt immer so sein eigenes Ding macht. Aber der Vollbärtige, der ist der Anführer, der Rotbart. Ja. Ein bisschen. Der und der Einäugige. Okay. Unter dem Blinden. Ähm, genau. Und die sind da in dem Schloss auf die letzten Überlebenden von Castle Black gestoßen, also von der Night's Watch. Ja, okay. Die alle in schwarz gekleidet sind und damit beauftragt sind, die Mauer zu bewachen. Was ja totaler Schwachsinn ist, weil die ja schon längst nicht springen. Genau, deswegen sind die jetzt auch nach Winterfell berufen worden. Und warum sind die da in dieser komischen Höhle oder wo die da waren, auf dieses arme Kind getroffen, was dann halt in so einem Bein-Arm-Kreis hing? Der Night King war halt schon vorher da. Achso, das ist so ein Warnsignal von dem. Und der hat da ein Kind der Menschen rangenagelt, was schon ein Zombie war oder was? Ja. Und das war übrigens der Lord, der junge Lord aus dem Schloss. Am Anfang in einer der ersten Szenen meint er, naja, wir brauchen mehr Wagen und Pferde, um zu kommen. Und sie gewähren ihm das dann. Und er marschiert dann, er läuft dann zurück. Ach so, als dieses ganze Gespräch war mit allen so. Hä, aber das war jetzt Anfang der jetzigen Staffel? Ja. Ich dachte, er hätte irgendwie ein Mädchen sich aufgeregt. Ja, das ist die Nichte von Ser Jorah, dem mit der grauen Haut, der geheilt wurde. Ah, okay. Das ist seine Nichte. Die haben sich aber, glaube ich, noch nicht getroffen in der neuen Staffel. Naja, auf jeden Fall, der kleine Lord, der meint dann so, ja, wir brauchen mehr Wagen. Das war in der ersten Staffel jetzt, der neuesten? Ja. Und dann ist er halt zurück, um seine Leute zu evakuieren, aber die White Walker waren schon da. Okay. Und haben halt dieses Zeichen hinterlassen, was sie häufiger machen. Der bleibt halt ein Zombie und die Menschen müssen den umbringen und werden den dann anzünden und dann wird er qualvoll. Das ist ein ganz schlimmes Bild. Ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, für mich sieht das Zeichen auch so ein bisschen aus wie eine Rune für Feuer. Dann brachst du es ja, dass ich anzunehe. Ja, eben. Und es hat halt so diese klassischen Arme. Ja, wir sind Feuerrat. Ja, genau. Also halt auch unterstützt halt wieder so ein bisschen diese elementaren Gegensätze zwischen Eis und Feuer. Ja. Brandt aber ganz gut. Und die sind jetzt auf jeden Fall auch unterwegs nach Winterfell. Und der derzeitige Lord Commander of the Night's Watch meint auch, ja, wir haben Pferde. Wir sind schneller als die Toten. Aber warum sich nicht alle bei dieser massiven Bedrohung zusammenschließen? Aber gut, das ist ja immer das Gleiche. Ja, gut, aber die meisten, ja, jetzt immerhin. Ja. Nicht alle, aber ein bisschen Verlust ist immer. Okay. Und dann haben wir vorhin kurz angeschnitten, da gab es halt diesen Onkel von den Eisendingern, der jetzt irgendwie eine Söldnerarmee abgeliefert. Und als Belohnung hat er mit ihr gepoppt. Und das war die Anfrage aber auch von ihr. Ja, genau. Wie heißt das? Cersei? Cersei, ja. Die hat gesagt von wegen, ey, bringen wir zwei Schiffe mit bezahlbaren Soldaten. Zwei Schiffe ist gnädig gesagt, aber 20.000 Mann haben sie. Ja, gut, sind mehr als zwei Schiffe. Elefanten gab es leider nicht. Genau. Die überstehen die Seereise nicht so gut. Ja. Verständlich. Ja. Okay. Also 20.000 Mann, 2.000 Pferde. Dafür gab es keine Ländereien oder irgendwelche... Nein, Geld. Ach doch, Geld und Poppen. Sie bezahlen die, ja. Ja, also er wurde mit Sex bezahlt, aber die Söldner brauchen Geld. Ach so, ja, ja, klar. Aber er wollte, er hat den ganzen Aufwand nur gemacht, um mit ihr zu poppen. Ja, um mit ihr, ja, um halt König zu werden an ihrer Seite. Also, ach so, das ist nicht einmal Poppen, sondern der wird jetzt ihr König. Ja. Also das hat sie nie zugesprochen. Ist seine Ambition, ja. Ach so, das hat sie... Ja, sie hat sie mehr oder weniger versprochen. Okay. Das heißt, die versuchen dann, aber ich meine, wenn sie Alleinherrscherin alles, alles werden will, dann wird sie ihn doch absägen. Ja, er wirkt ehrlich gesagt auch nicht wie jemand, der sie nicht auch umbringt. Ja, ja, aber ich meine, er wollte sie ja. Das heißt, vielleicht weiß sie... Ja, aber sie ist halt schon Königin und wenn er sie heiratet und sie umbringt, dann bleibt er König. Ja, aber das weiß sie ja auch, oder? Sie ist ja auch nicht doof und ist ja mit allen Wassern gewaschen. Ja, das sind sie ja beide nicht. Deswegen sind die ja so ein gutes Paar, eigentlich. Aber meinst du nicht, dass er der Typ ist, dass er irgendwann vergiftet einen Wein von ihr kriegt, als dass er ihren Messer in den Hals hat? Noch haben sie halt keine Wahl, als zusammen zu arbeiten, weil er die Flotte kommandiert. Ja. Aber hätte es nichts anderes gegeben, musste sie den sich holen? Ja, alle anderen, ihre Alliierten sind ihn ausgegangen. Okay. Also, sonst hatten sie niemanden mehr. Und seine Nichte und seine Neffin, die war irgendwo angekettet und der Schniedelwurzloser hat sie befreit. Ja. Wo war sie denn angekettet? Auf seinem Schiff. Achso. Und warum hat er das gemacht? Ähm, er, na er wollte sie nicht umbringen, oder ich meine, es gibt... Weil Familie? Genau, das ist in den Seven Kingdoms tatsächlich verrufen, Familie umzubringen, wobei er auch seinen Bruder umgebracht hat. Ja. Aber er meinte, er findet es ganz unterhaltsam, sich mit ihr zu unterhalten, weil seine Crew nur aus Stummen besteht. Also, sein Schiff heißt Silence und er hat allen Leuten die Zunge rausgeschnitten, die auf dem Schiff arbeiten. Ja, gut. Was auch gut ist für den Überfall, weil keiner den anderen warnen kann. Hm. Ähm, ja, also deswegen hat er sie am Leben gelassen oder vielleicht, um später noch irgendwas mit ihr zu verhandeln oder sie gegen irgendwas zu tauschen. Aber... Ist ja nie ausgeschlossen bei ihm. Kein Schniedelwurzmann hat sie befreit. Genau. Und sie... Aber wenn sie auf dem Schiff war, was auf dem Meer war, musste kein Schniedelwurzmann ja irgendwie mit einem Helikopter hinterher... Also, wie hat er das... Nee, er hatte auch ein Schiff. Und das ganze Schiff ist hinter dem eigentlichen Schiff hinterher? Nein, 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 die sind ja dann vor der Hauptstadt geankert. Ach so, und er hat sich einfach daneben gestellt. Genau. Ist dann rüber und hat alle Stummen, die eh nicht schreien können, platt gemacht. Genau. Und hat sie dann befreit. Aber das ist erstmal... Genau, wie ein SWAT-Team so ein bisschen. Und die sind mit drei Schiffen, glaube ich, dann zurückgesegelt. Hat kein Schniedelwurzmann auch noch Leute hinter sich? Also eine kleine Armee? Ja, eine kleine... Eher so eine Einsatzeingreiftruppe. Okay, eher so ein SWAT-Team. Genau, und die sind jetzt auch... Sie möchte jetzt auch die Iron Islands zurückerobern, was kein Problem ist. Die Iron Islands sind eingenommen von ihrem Onkel? Na, von ihrem Onkel, ja. Aber das Problem ist, der ist ja mit der ganzen Flotte bei King's Landing. Was war nochmal mit der bescheuten Vater von denen? Der ist tot. Wie ist das passiert? Der wurde von einer Brücke geschubst von ihrem Onkel. Ach du meine Güte. Unfälle. Ach, das ist das, was du meintest? Macht man nicht, hat er aber gemacht. Genau. Aber es hat keiner gesehen, somit wird es um ihn nachgewiesen. Und er sagt, zufälligerweise bin ich da, Papa ist tot, dann bin ich. Ja, genau, er kam auch zufällig gerade wieder zurück. Ja, ja. Nein, und die ganze Flotte ist halt im Südosten geankert und die Iron Islands sind im Nordwesten. Das bedeutet aber, wenn sie zusammen die Eiseninseln zurückgewinnen, dann wird sie, beziehungsweise beide danach doch Rache schwirren und ihren Onkel als auch Cersei dann halt irgendwie angreifen wollen. Ja, ja, naja, sie sagt ja auch, sie holen die Iron Islands zurück und der Schniedelwurzlose will in Winterfell kämpfen. Und sie sagt eben, das soll er machen. Und warum will er in Winterfell kämpfen? Weil das, da wurde er großgezogen. Okay. Er wurde ja als Geisel am Hof von den Starks großgezogen. Ja. Aber muss er sich denn nicht erstmal versöhnen mit der Bitch und alles? Weil das war doch alles ganz schön kacke, oder nicht? Nee, er war doch, er war die ganze Zeit dann bei Khaleesi und mit Jon Snow hat er sich auch wieder ein bisschen versöhnt. Achso, und er wurde ja von diesem kranken, genau, er war ja mal ein Wichser und dann wurde ja lange gequält. Genau, der hat ja auch quasi wie Jaime so ein Redemption-Ark. Ja, aber irgendwie ist das bei dem nicht so geil, weil er halt ein bisschen Malle geworden ist. Ja, das stimmt. Und deswegen ist es jetzt nicht, dass du sagst, also klar, für ein Schauspiel, also für die Figur zum Arbeiten super, aber so zum Schauen ist jetzt nicht, dass du denkst, ah, kein Schniedelwurzmann, das ist eine Figur. Genau, naja, aber er geht jetzt nach Winterfell und sie holt sich die Inseln zurück und hat dann auch gesagt, Mit ihrem SWAT-Team, das reicht. Naja, die ganze Flotte ist halt bei King's Landing. Okay, also da sind so ein paar Wachtturm und das war's. Genau, und so unbeliebt war sie eh nicht. Okay, also sie geht hin und sagt vom Weg, weiß sie denn, dass ihr Onkel Papa umgebracht hat? Oder ist es nur eine Vermutung? Ich glaube, sie vermuten das, ja. Okay, aber sie könnte hingehen und sagen, hier, Papa, böse, hat mich eingesperrt, hat Papa umgebracht, Onkel hat Papa umgebracht, seid mal wieder cool. Und sie haben ein paar Schiffe, sie holen ein paar Leute da und dann geht es, glaube ich, schon. Und sie sagt dann auch, naja, wenn die Toten gewinnen sollten, dann können die Überlebenden sich auf die Inseln zurückziehen, weil die Toten nicht schwimmen können. So. Also, ne, kein schlechter Plan. Ja. So, und das ist der Stand bei den beiden. Okay. Haben wir jetzt alle... Ich glaube, wir haben alles, wir haben noch schon ganz schön lange. Okay. Und ich muss wirklich los. Kann ich hier nochmal kurz aufs Klo? Ja. Laufen wir dabei oder machen wir eine Verabschiedung? Machen wir kurz vor die Verabschiedung. Das war für Nüsse, der Podcast, in dem wir Game of Thrones in mehr als Echtzeit erklären. Naja, ich war echt verzweifelt. Ich habe nur gesehen, wie die Eltern von James Corden, Corden oder Corden? Ich glaube, er hat einfach nur James Corden. James Corden halt die erste Folge der neuen Staffel gesehen haben und wusste gar nichts. Und da habe ich gedacht, genau so fühle ich mich. Fühlst du dich denn jetzt ein bisschen besser? Ja. Ich habe wirklich viele, also auch diese Zusammenhänge, dass ich weiß nicht von wegen, wer was macht, sondern warum, wer was macht. Das ist ja auch mal nicht so schlecht. Jede Woche kommt eine neue Folge oder wie ist das? Ist das jetzt unser wöchentliches Format? Ausgezeichnet. Nein. Führen Sie mit Dirk und Klaus auf YouTube abonnieren und Kommentare hinterlassen. Führen Sie mit Dirk und Klaus auf Twitter. Führen Sie mit Dirk und Klaus auf Twitter. Führen Sie mit Dirk und Klaus auf Twitter. Falls ihr eine Frage für uns habt, so wie im letzten Jahr, schreibt sie gerne. Bis dann. Führen Sie mit Dirk und Klaus auf Twitter. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.